Das passt schon jetzt in der Zeit, da bin ich doch schon alles irgendwie hinter. Ja, wo? Ah, so. Dann nehme ich lästern, weil sie mich hört. Ach so? Ich kann aber lästern, du kannst sie mir ja heim bezeichnen. Nee, ist sie da, oder was hört die mich auch nicht? Nee, ja. Sie hört sich nicht. Nein, ist ja gut. Das ist gut, Mann. Nee, mal liebe Grüße sagst, unbekanterweise. Vom Hässlichen. Grüße, unbekanterweise. Soll ich auch noch erinnern, dass du gerade ab bist? Bist du eigentlich im Spiel da? Ja. Doch, doch, ich bin da, Digga. Könntest du schon mal reinkommen? Dann kann ich mal schauen, dass du in der Rauchen gehen. Jetzt sehe ich offline und... Ich bin online. Ich bin ja in der Lobby drin, Bro. Dann dauert es wieder ein bisschen bei mir. Offline angezeigt. Ja, dann lade ich dich ein, oder? Gruppen, nutzlos, Matti, einladen wir. Besteh mich. Oh, ich hab gerade gesehen. Hast du noch sprechen, Matti? Ja. Geht's noch? Okay. Ich kann sprechen. So, schönen guten Abend, Family. Ja, ja. Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen Buggy momentan. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Schlappi, Grüße, Melle. Guten Abend. Schauen wir mal. Du, Matti, sieht schon gerne Rauchen. Guck mal, Herr Garner wieder da. Es geht ja eh bis du bei Battle Royale. Ansonsten. Guck mal, wo heute noch dieses Titans-Prüfung zocken. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. So, ich gucke jetzt erstmal. Schon mal komplett Buggy. Jetzt ist der Chat bei mir hier schon wieder. Dieses Mal richtig krank. Aber scheißegal. Schön, dass ihr da seid ihr lieben. Schönen guten Abend. Sacha, grüßt hier. Servus. Tätätätätä. Tätätä. Tätätätä. Tätätä. Tätätää. schön dass er wieder da ist überhaupt ja roger weißt du dich auch mein schöner ich weiß ich weiß doch ich weiß doch wie es ist mal wir zocken erst mal ein bisschen du bist gar nicht in das ja wo stefan christian grüßt euch lieben grüße schönen guten abend jetzt überhaupt hier ist es gar nicht mehr was ich richtig lust habe ich jetzt sagen erfolgt schon wie ein sniper ist ja momentan die standardwaffe die suchte abend basti kevin grüßt euch haben wir dings bums dinge also ich habe es ist lange braucht ein satz zu lesen ich kann kommen die kommentare die geschichte meine augen heute heute die krepp tut nahm micky grüß dich schnucki putz patrick schönen guten abend luise lukas ich bin so gern orange sagt leute ja nicht weil ich was der unterschiedliche damals würde der ägypten bei den einfachen urlaub machen wollen so gut geht er war einfach einfach nur süß und ekel ich bin ich wollte immer das fachschung wir testen wie das nun ist auf mittel und langer range das wird scheiße sein also ich muss den plästchen wir das nachher noch machen da 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 yo 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 mo man mo man super gut what ja ja das ist nicht nur noch nicht schweizer ok das gegen sebastian stelle frau und mp5 ok wenn du das will ich meine nächste runde braun musst du wirst noch mal daran an die runde zu befreien ehrlich ehrlich müssten es nicht bald bei dir zwei jahre sein in den nächsten wochen ähm naja im september habe ich angefangen zu streamen genau ich glaube 11. oder 10. september habe ich angefangen zu streamen aber das war das auf facebook schon glaube ich ja auf facebook ja und ab februar habe ich mich selbstständig gemacht genau ja genau ich bin jetzt ein 23 monat supporter also ja nächsten monaten genau ja das ging relativ schnell das doch doch das war einfach ein monat war das dicker das support werden das konnte man ja den schon direkt wo man level up partner war das hatte jeder der ich glaube 100 abonnenten oder 1000 ja 100 abonnenten hatte also das ging ja einfach ein zwei tagen aber echt heftig zwei jahre schon echt was krasses alter ich komme mir selber nicht so schnell war ja so lange dicker das kommt mir davor wie wir sind nicht ein jahr vielleicht doch nicht zwei jahre die safe nicht namen philip wie ding ins michael uwe michael roman denne schön dass ihr am start der wie geht es euch wie war euer wochenende leute schreibt es mal rein in den vermuchteten chat wie war das wetter und ist immer noch warm äh ich hab jetzt noch so geschwitzt am nacht im pennen das ganze kissen ist von äh ich hasse das richtig aber ja ja ich hab ja noch eine hier raus und noch eine hier raus und die fressen und die fressen und irgendwann bin ich auch nichts mit geflogen oder die zeit vergeht so schnell das merkt man meist nicht an timi hat er mich verdästigt nach 18 jungen jetzt genau das ist unnormal der die groß der wird da sieht es schon aus manche fotos wie angucken wie vier alter das ist echt nicht normal ich habe jetzt schon drei urlaub gönn dir die gönn ihr urlaub nimm den zum entspannen vor allen dingen wenn du familie hast dann lass ruhig mal das händige und stream aus digga und fahrt euch mal ein bisschen runter entspannt ein bisschen weg mit der ganzen scheiß technik das tut richtig gut glaubt es mir leider wo ich krank war ich habe zwar viel gelegen aber die letzten zwei tage habe ich viel zu hause aufgemacht das war echt entspannend aber ohne stream ohne zocken was jetzt mit dem mann ist aber wirklich so das braucht man war geil was weh war geil laufen pressen flinken na klar so muss es sein digga so muss es sein der damer wie es hier ist ach so kostet ja wieder weniger ja ok ich habe eine bunkerkasse gefunden haben wir bei ihr von der hau mir ab heute siebenmal tage oder what der hell vielen vielen lieben dank dafür der unnormal leute entspanntes wochenende mit meiner tochter verbrachte an der freibad gezielt bei dem krassen da ja was anderes kannst du nicht machen was die alles richtig gemacht schlöckig obwohl ich freibad echt meide aber willst du machen wenn du deine kinder hast oder lieber an sie oder irgendwo an ich hatte das so menschen auf massen ist überhaupt nicht meins weil ich deswegen ins kino oder andere sache ist alles so wie sie nicht hasse ich wo kommt die andere runter wie viel feine landen wo feine landen bei mir wo kommt er her so ein huchensohn wo kam der her aber nice gemacht dicker ich dachte gerade das bist du der feine gelandet schon steht der vor mir die ansage gehört aber die kann genau zu uns gemacht weil wir ein einzelner wieder alter also kein deutsch sprecher also ok dann dann wo ist die kiste wo ich früher noch hinterher ich steppe alter jungen leck um you danke für mich mein lieber die kommt zu uns braucht ich habe die falsche klassen ach du scheiße wo ist denn die runter bros mal hinten bei den häusern hier bei den hin oder so ok ach da hin da hört doch der wenn der ran ich würde noch kisten und vielleicht finden wir noch eine drohne könnten wir auch machen oder vielleicht finden wir noch mal ein bisschen geld für eine drohne bros hier ist noch eine kiste drin da liegt noch cash noch eine kiste unten hier haben cash zusammen mit der drohne bros lassen einfach die drohne kaufen und dann mit dem seifen wegfliegen das meine ich natürlich brauche warum das drei leute die drohne bros die sind ganz unten drin kann das sein die sind weggefahren gerade weil das sind rotleuchter die bunkers offen aber drei da muss ja zugang die wollte ich aber nicht auch die hinterher gemacht der ist weggelaufen der alleine war hier sind sie nicht brau ist der rucksack ja naja gut dann bin ich dann gehen wir erstmal zur kiste und aus mit dem ballon wandern das geht ganz gut das geht relativ schnell weg wie geht es dir lukas sonja alex grüßt euch schön dass ihr da seid ihr lieben ich hoffe euch geht es gut nur geputzt ist das mittwoch wenn ich vormittag auch nicht damit wenn ich mein schlauchschlucktermin da geht zurück und der marschlaf spritze kriege ich heute zu hause in der marschlaf spritze ja brauche ich wissen nicht wo wir hin und dann können wir zu dem ballon gehen und schon kurz abgehen guten abend wo 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 ok ich komm runter ich komm wieder runter brauche grüß dich danni mit dem sand am marmer hier kommt einer und wo ich sie da kenne die beiden aber ich hab auch schon richtig schwach der ist jetzt noch mehr der ist gut gewesen dann sind sie ja so tot dass wir so ne schwitzer sind das wieder alter mein aim ist auch noch nicht da alter oder null so close gewesen na wenn nils marcus schön dass der gut geht lukas freue ich mich sehr drüber schnucki putz ich hoffe es geht euch allen gut fahrt mal kurz was mach ich mein gullach schafft oder nicht lege ich ein bisschen hin und her bleib wachsam ein feindliches team verfolgt deine position wir retten da unten bei mir egal es sind nur schwitzer der ist low der ist chill break er ist alleine ja ich hab keine anderen gesehen aber der wiederbelebt der wiederbelebt ein anderer noch der krieg war anders hin ist schon wieder keine ahnung glücker wir von jeden schuss ich hab gulach direkt jetzt bist du dran bereit machen kämpfe dich raus um zur front zurückzukehren wenn du verlierst bist du erledigt es ist zeit soldat mach sie fertig ich bin nicht weit weg nils kdi christian fabi marcus grüßt euch ihr lieben ei 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 die waren immer noch da gekommen ja oder was ja die waren noch nicht mal raus was sind die jetzt schon mal wie ein team war alter kannst du die lupen an oder ich eigentlich wo ist denn die bro ich steh nicht da hier auf dem dach oben ne wir uns nicht wir sind auch ungelötet toni grüß dich mal lieber schon guten abend ähm willst du auch noch hingehen zu der kiste oder soll ich gleich hinfliegen ja und du okay ich hab die sogar auf dem dach drauf du musst gucken die haben wahrscheinlich ein herzt die dabei wenn die gleiche drohne kommt dann warst du eh die ist nicht mehr auf dem dach oben ne ist sie da ja kommst du gehen woher wissen die das denn bro alter ami ist jetzt rein da hab ich gehört ja dich gehört sicher ja ja das ist intention dass der genau jetzt da rinkam oder wird denn die hande ja die müssen in die zone rein sag ich mal sind zwei auf jeden tag geil in der hand digger da wird nix keine platte drinnen ich merke die pushen dann gibt's ne hodini alter das ist ein geräusch alter hab ich mich erschrocken jungen alter jo oh guys was war das grad ein bug oder was digger oh mein gott das kann sie mit mir nicht machen alter ich sterbe ähm bei gulag quote ach hab ich vorher abgenommen die letzten tage mit gulag digger weil wir ja für die titan dinger gezockt haben mit dem hammer da ist einfach nicht mein gulag gewesen ich glaub ich bin bei 65 70 prozent oder ich weiß das nicht vielleicht guck ich gar nicht mehr grad momentan ane da ich guck doch nur vorratzelt hab also wie gesagt die titan quest prüfung alter spielt mit dem hammer ihr braucht gar keine waffe nehmen wartet an der ecke und push zwei schläge mit dem hammer die gehen so schnell digger da warst du mit der pistole drei vier fünf schüsse und macht keinen sinn auch mit der diegel nicht mit gar keiner außer ihr habt ne vollautomatische die amp oder diese andere die drei die hier die die renetti die habt da die einschussdinger die brauchte gar nicht nehmen macht keinen sinn ich hab nen rucksack gefunden da müssten hier drinnen noch platten dinge im haus die bullach drehen hier ist noch nix von oben hier ist noch ein typ oder ich kanns auch die den titan grün haben da ist blau lang noch platten drinnen ähm dann gehen wir mal ein bisschen dichter wo sind wir zur haupt hier mit den zelten hier nochmal runter gucken können wir nicht wo wir platten dinge sind denn das hier ist bloß eine platte die hier liegt ich weiß es gar nicht ich bin gleich ich hab schon ich geh noch mal die platten drei stück hast du fünf bist du klar ja ich warte grad noch gucken ob die kam platten hast du nicht mitgenommen die ich raushiel ich hab extra digger ne extra platten raushiel ich für dich digger ich hab nicht gesehen du hast extra drei platten hinterlich für dich es flammt einer übern zwei stück digger auf dem dach drauf du bist zwar allein aber du wirst nicht kampflos aufgeben du bist zwar allein aber du wirst nicht kampflos aufgeben dann gerade hast du hinter mir ein anderes team zlg ach digger scheißegal nichts ohne ist glück 75% gullach naja ich schlechter ritt immer noch sage ich mal 7,5 spiele von 10 das ist schon ok ach leute das ist wie ich sag mit dem gullau sind das jetzt hier bodenschutzmatte bitte um freigabe warte wer ist hier denn mit freigabe das sind tausend mal gesagt ich kann dazu machen jetzt sehe ich das erstmal was ist denn mit dem weißen logo ich habe in der neuen datei nur weißen nur weißen rechteck ey ich hinde die von mir will eine digger keine ahnung was reichen weißen rechteck ey ich wollte das in der vektor datei haben dann geht das doch nur weiß digger int boah ich könnte kotzen alter ja was ich will so eine bodenschutzmatte haben wo ich mit dem drehstuhl rüberfangen kann mit meinem logo drauf das gibt es ja in deutschland wieder keinen genauso wie ich dem studium nicht habe da gibt es ja keinen wo das besticken kann du musst ja wieder im ausland machen lassen und wie finde ich ich hab schon dir einen dialekt ich weiß nicht ob das jetzt in der israel oder schweizer oder woher kommt schon bekommen wir es verstanden ähm ja keine ahnung muss ich jetzt an ich kann ihnen ich kann ihnen nur eine png datei senden mit transparenten hintergrund wenn dies nicht alleine ich kriege das Ding zu ändern dann muss ich das mit dem beruf was soll ich machen png kann sie nicht mit anfangen sagt sie pdf habe ich auch geschickt ist der hintergrund auch nicht anders ne hä und png kann sie nicht kriegen ai datei ist ja der weg der datei habe ich gesendet die komische eps habe ich auch gesendet das geht ja auch nicht klar was soll ich denn sonst noch machen Alter ich bin doch hier nicht dein grafikprofi die arbeitete im beruf zu stg spiel mit da vieler stg ist auch gut aber das ist halt für long range finde ich nicht so krass die macht doch übel bock an mit wenn ich richtiges biest alter aber wir sind nicht richtig harte long range die sind nicht kathleen grüß dich was die karsten schönen guten namen dir lieben ich habe mich daran gewählen dass wir inzwischen gestürzt wieder nicht mehr wegkommst eigentlich ja das ist echt so mal gucken ob gar nicht herkommt wenn der kommt guck mal den titan modus zocken bis zum einsatz dauert es noch ein bisschen bl career wala denn au und Oh leu! Yo, mamiin! Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Grüß dich, Daniel. So, warte mal, wir sollen mal die Tone checken hier. Ach du Gott, na ja, gut. Wir sind nicht, wir können das kein Einkaufswagen bei Nightmare. Keine Ahnung, ey, nigger, schwierig, anscheinend du mir das Wurst, da können wir woanders hin. Meine Kiste kommt ja eh runter. Da wo ist Marco? Bei mir ist alles klar, wie geht's dir, Bodi? Digga, was haben sie denn alle für ein Problem, sag mal? Du alter Schwanz, du, mach'n Abgang. Ich bin nicht weit hinten, weil die mich angeschossen haben, Digga. Ja, die gerne, aber hier rein. Okay, dann geh ich ins Scape House dahinter. Ja, ich geh in das Weiße zu machen. Ja, okay, okay. Direkt schon neben dir an Haus. Oh, bei mir? Ja, wir leben halt das Haus, ja. Bei mir, Digga, bei mir kommen sie zu zweit. Ach, Digga, ist das ein Haufen Hurensohn, alter. Das ist ja schon, Böller. Puschen sie zu zweit, Hand in Hand wieder rin. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe um erneut... Oh, muss ich da locker bleiben? Muss ich da locker bleiben? Der Kampf beginnt. Mach' dich bereit, zuzuschlagen. Du bist dran. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Kämpfe dich hier raus, oder nimm das Spiel ein. Links. Du kehrst an die Front zurück. Gute Arbeit. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Du verlierst ein Boot. Bewegung. Ach so, Michi, jetzt weißt du, was ich meinte. Ist auf jeden Fall gut, dass es irgendwie geht. Thomas, mein Lieber, vielen, vielen Dank, Stuckelase. Dickerchen, vielen, vielen Dank für deinen 1.000-Sterne-Body. Freue ich mich sehr, sehr darüber. Liebe Grüße an Sonja. Und schönen Dank für den Support, Bro. Mann, Mann, Mann. Schrei schon mal! Schön, ... ... Bähren Tonsten ... ... ich schätze dein team hat versagt und ist nicht mehr bei uns kämpfen die geldkiste ab oder die kämpfen die andere kiste ab wir wissen nicht in meine mu und raus bist du irgendwas mal hier hin auf unserem flugzeug du freund oder nicht freund du hast 800 schaden und das kriegst nicht engkiller so ist es im leben diggy so ist es digga ich hab dir gestern in der letzten runde 3800 damage mit 1 kill digga ja die sind die 1450 gewesen die geldkiste ist jetzt weg oder was ja ne die sind da die sind da die verbomben gerade die geldkiste zerbomben die gerade ansonsten haben wir noch eine ne die schießen da vom fenster schießen die schön die 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 Mein Gott, ich wollte es probieren, wie kann man die ganze Zeit zu zweit da oben im Raum gammeln? Leute, man spielt doch mal ein bisschen schillig, Alter, da kann man warten, da kommt schon einer. Und wer kam? Die tscher. Die tscher. Die tscher. Oh, noch mal giftig. Zaps, dingigchen, alter. Hey, mein Sonnenschein, viel für den Dank für den Potschnuck. Der Ehrentum, der Städt muss beben, Leute. Was denn da los? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Ehrentum, was nur. Viel zu wenig Leute. Egal, der hat gerade 5 Gibt es abzuschenken, der Moody's. Silvio, grüß dich, Schnuggi. Andi, servus. 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 Servus, servus, Freunde. After 2 WerfHHHH. K trust your contnościers. Da 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 historia. Need una tscher. Keradores tra. festa aus in do doch wir müssen natürlich Was? Pick up, bro. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Hm, zwei gespielt. Battle Royale. Zur Sicherheitszone vorstoßen. Das gab es sehr schnell. Aufgepasst, Leute. Geldlieferung im Anflug. Sichert die Fracht. Wer da ein Einsteckspunkt für das Team. Name end Stefan. Grüß dich, Digi. Ich schwitze, wenn ich hier nur am PC sitze, ist jetzt mal niemand weiter. Ja, das ist auch warm, Alter. Wie sauer. Das Wetter wird nicht besser. Obwohl, doch ein 5-4-Zahler steht, muss man da rein. Ich finde es auch nicht gerade auf dem Schatten hier. Das ist komplett okay. Ja, muss ich nicht haben. Weißt du was? Ich, ja, ja, da sind, oh ja, Digi, oh ja, ja, ja. 2, 3, 4 Teams, einer ist einer bei dir auf dem Dach oben drauf, Digi. Der guckt aber noch komisch, der ist immer noch auf dem Dach oben. Immer noch bei uns auf dem Dach drauf. Immer noch auf dem Dach. Ist er runtergesprungen? Bei dir rein oder bei mir kommt der jetzt rein? Bei dir ist er unten, oder? Naja. Ist gerade eine Scheibe gekommen, oder was tut das? Bei mir unten. Der läuft doch gerade an den Fehler rein. Ach, Digi. Mein Gott, Junge, ihr kleinen Nutten, Alter. Gleich wieder finishen, Junge, das gibt es nicht. Hey, grüß dich, Digi. Namen, Benni. Das ist nicht normal, Leute. Zeit zu kämpfen. Ach, Scheiße. Mach dich bereit, totzuschlagen. Du bist dran. So. Oh, jetzt wird das Ding bereit. Ja, wie immer, Alter, wie immer. Gulasch mit der F.S.D.P. Nichts Ende. Weißt du den? Habt ihr den hier sehen? Digi, was für ein Tank muss ich haben, Digi. Genau in dem Moment, wo ich da rein renne, kommt der mit mir und sagt, der läuft weiter, Digi. Hat er gut gemacht, Mann. Das hat er gut gemacht, Mann. Ach, mich ganz kurz um das Logo kümmern. Servus, Maxi, Daniel. Marco, grüßt euch. Jo, wo haben wir denn das jetzt hier? Geht's mir mal auf Support-Einsorten. Oh, jetzt mal noch ein bisschen her. Hier hat man ein Haar gehabt. Ich hab hier irgendein Haar hängen. Wie ist das denn, Digi? Hammer. Ich kipp's nochmal in der Hand. So, jetzt machen wir auf Senden. Wo ist die Datei hier? Festplatte. Da hab ich schon die Dronen noch vor mir am Shop. Ja. Genau, genau. Am Shop vor mir. Schön, schön, gewinnen. Echt? So, jetzt. Start nochmal mit der ersten Runde. Einspielzeit ist rum jetzt hier, Manners. Yo, yo. Yo, 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 yo. Mach doch' ich nicht. Mach doch' ich. Mach doch' ich. Euhm. nippern freundin schönen guten abend mir geht's ganz gut an hier wie geht es dir ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, es ist Musik ich habe keine Ahnung, wo keiner bleibt, Leute ich schwach jetzt nicht wo er ist, ne, wann kommt, wann kommt, wann kommt nicht Na, bin Andreas, grüß dich Na, 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 na na Schuss, schuss. Was irgendwie ist mir aufgefallen, dass du dich, dass du dich was verändert hast oder was an dir verändert hast? Wie meinst du, dass du, wie meinst du, dass wir mich verändert haben? Oder was an mir verändert haben, Bro? Michael, grüß dich. Ey, tu, mein Freund, es geht. Juan ist drinne. Er lebt auch noch. Ich auch nicht. Deswegen, deswegen. Jimmy geht es an sich ganz gut, Bro. Wo ist die Zähnchen halt, Bro? Ah, bei mir ist alles YouTube ja, wir sind ja nicht immer ein bisschen mannig schlagen, aber mir haben wir weniger. So. So, ich will selber nicht mal ins Spiel, machen wir's. Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. Dann jetzt. Wenn ich jetzt war, dann, Junge. Komm, jetzt. Spann, Kopf, der Schock. Was weiß denn? Seh ich schon. Die Biefel schöner ist. Ja, weil, ja. Attacke, Mann. Attacke. Stupi, morgens. Bin ich gespannt, Diggi? Sei ich rüber, wenn's fertig ist, Bro. Oder haben wir direkt den Kopfgeladen starten? Der nächste Mal wird der Samstel. Oh, je. Oh, je. Na, Ben. Jenny, Dennis. Hubert, der ist mean. Grüß dich. Ich bin mal ein bisschen. Ich bin mal ein bisschen mit. Na ja, das war. So, wir gehen schon drei, vier Teams mit. Ich hab da nichts gemacht, ich hab da nichts gemacht, Diggi. Grandios, grüß dich. Na ja, das ist immer der, vielleicht. Aber die sehen uns doch auch so ganz einfach nicht. Ich find nicht, was ich bei mir verändert hat, Tobias. Ich weiß, Diggi, außer, dass ich heute gesundheitlich angeklagen bin. Ist sonst nichts, Bro. Ja, links, ja. Den fisch ich gleich, Diggi, den fisch ich gleich. Na, Wind, Jesse, grüß dich, Jamie. Beide. Kopfgeld, nur noch ein. Wo ist denn das, wo das bei mir drin ist? Das ist obendrauf. Da geht her, zeige her, zeige her. Ja, ach, wir sind nicht böse, die Beide, aber wir brauchen jetzt hin und her zu reden, diskutieren. Ich bin mal in ein paar Faktphasen in seinem Leben, aber da hab ich auch keinen Bock, jetzt sehen, das war drüber. Ich schieß mich an, die Schweine. Von vor mir, genau vor mir. Von vor mir. Von vor mir geflogen. Bro, 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 bro. Einen hab ich. Und ein Schwanz ist da hinten irgendwo, hier. Halt du den nicht? Ja. Richtig, Junge. Ich will jetzt komplett irgendeine Klasse noch, jetzt hab ich auch eine Klasse. Ach, na gut, das ging schlimmer. Die haben auch schon einen gewappen, die Penner. Ja, ja. Nicht? Ja, ja. Okay, sah so aus. Gott bei denen. Ne, hatten sie nicht, die wollten hier kommen. Die Kiste gerade holen, das war ihre Kiste. Aber lieb, wie mein Tobi, mein kleiner. All it easy. Den Geld für den Drone. Dann haben wir hier überhaupt noch einen Shop vor uns, also müssen wir hinterlang lösen. Ich hab einen Shop zum Werfen, Diggi. Schmeiß dich hoch in Richtung Ballon. Oh. Danke schön, Tobi, mein Suckelhase. Alles, Diggi. Wie meinst du denn? Kannst du noch eine Drohne mitnehmen hier? Ja. Eine raushauen? Achso. Dann hätte eine raushauen können. Ich hab eine raus jetzt. Was? Hinter uns, Bro. Oh, Digger. Let's go. Ba, 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 da, 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 da. Ja. Der andere kommt dort entlang gelaufen. Noch welche, kommt noch ein anderes Team, Bro. Ja, da kommt noch ein zweites Team pushen. Und ich fick die schon alle weg, Digger. Alle weggebombst, Junge. Wer trifft mich, war alles mit der grünen Plexus. Ich komm mit der grünen Plexus. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, ja. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Na, Ben, Daniel, Kriti, grüß dich. Schwierig geworden. Das ist der Gulag. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Ich hab mir Bock, habe ich nur noch die Titan Trists machen. Ja, braua. Wenn der Bock habe, können zwei von euch Supporter und gar nichts mehr reinkommen. Machen wir die Titan Trists ein bisschen. Gez wenigstens umweißen meine Freunde. Möge das Chaos beginnen. Mach dich bereit zuzuschlagen. Du bist klar. Mati, grüß dich, Schnuggi. namen sauber nico woran die schöne sie da sind was das mit zeichen versuchen wir kommen für die gehörte darunter ist echt heftig warm leute ja die verwenden den katzenhelmskin schnucki wenn er dir gefällt why not die blick sieht ja schon sexy aus aber der rest davon wird mich jetzt persönlich nicht so jucken bei mir ist eh nicht zumindest wenn ich die richtig ordnen kann kann die hier drohne habe ich auch gehört das ist immer sexy jetzt gehts los aber wo können die die drohne gekauft haben die kommen vielleicht zu uns gelaufen wirst du sehen ich muss doch mal kurz in das allein ist mir noch mal data und was umsteigen ist ja worum ist los ja ich hab verpixelt ich habe auf sm11 gewechselt und jetzt verpixelt alles also wir ändern jetzt so eine option ja aber dann aktualisiert sich wenn ich den shader noch mal neu installiere ok denn mir ist eigentlich direkt danach ohne kiste oder eine granate sondern das gold ja jetzt ist er mauer das lief schon mal besser hier bei uns dann kommt der spielzielle raus die scheißen vor mir gegner die gegen maddie vor mir gegner klaus vor mir zwei stück gelockt darüber einer kommen wir nicht rüber zum spring dem haus hier oben wegpunkt markiert bewegung jo hab ich ko ein ja verbändet wer für eine granate ist raus geh doch digi wir haben auch keine eigenen waffen gehabt oder doch wenn wir ein bisschen stings gehabt jetzt hier der hat bei mir stg gehabt das war es ja was haben wir jetzt 5-1 ich behalte jetzt einfach die drei liniengewehr von denen das ist ja original was ich hatte die blicksen hat der doch oder du hattest die dann nehme ich die blicksen ich nehme die blicksen einfach vom bodenfloorlood und die stg von denen haben wir hier irgendwo sind wir überhaupt hier gerade hier oben wofür haben wir nicht hier noch kohle das war mit dem ballon nicht hierhin vielleicht versuchen bei mir soll es heute nacht mal regnen erhoffen wir mal am bodi heute ohne gar nicht jojo grüß dich wir haben schon wenn sie heute im totalen modus die gehe ich hin aber wir sind total nicht groß gespielt ich hoffe es geht euch gut schön dass du da sind den süßen nochmal für alle ich habe mich nicht verändert und bin noch nicht anders wenn ich selber es jetzt habe nicht so gut Leute ansonsten ist alles beim altenhamudis mittwoch zum magenspülen ich glaube da irgendwas raus ansonsten ist alles nicht vorher das ding ist weg ja ja das war genau hier irgendwo die ecke so da rechts vielleicht noch hier danke schon fabi welcome back bro da war ein mobiler shop gelegen Matthias hat ja mobilen shop aber wir haben ja kein geld willst du den kurzen hier rechts vielleicht hoch hier rechts vielleicht hoch hier rechts vielleicht hoch hier hoch nö ich sehe es noch am der haus ist ja im berg oben bist du nachher drinnen da ist noch mal winden dicker Ausrichtung gekennzeichnet. Granate ist raus. Jetzt haben wir eine Drohne. Ja, die sind Gegner über uns. Alles gut. Verdart über uns. Bin die auf dem Dach drauf, Bro. Dann wo? Geld raus, kannst du eine Drohne kaufen. Die ziehen auf mich schon, Bro. Der hat mich fett gelasert, Bro. Kann ich mich wiederbeleben? Ich habe eine Drohne drauf gemacht. Der ist ja auch zu uns, der geht rechts rum. Der kommt, Matthias, der kommt, glaube ich. Ja, der kommt, Klaus, 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 Mann. Ich habe nicht gewusst, wo die sind, Leute. Ich habe nicht gewusst, wo die sind, Tamudis. Das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe, Digga. Ein Gulag kommt, der bei mir um die Ecke geschlichen. Ich frag mich, wie er mich gekriegt hat. Und der Abschlusscamp ist der vorgesprungen und ist dann vor mir. Obwohl das gar nicht so war. Deswegen habe ich auch gesagt, spiele ich den Turnier mehr mit, Digga. Das gäbe ich einfach los. Bist du raus? Also muss man neu starten, ja. Das können zwei von den Subs reinsteinen. Nice hier, Digga. Auch vielen für lieben Dank für deine 7er Tage, Bro. Was für eine lange Zeit, Schucki, Hase. Vielen für lieben Dank, Bro. Lieblings Doki. Lieblings Mario, hello, hello, guys. Schön, dass ihr da seid. Meine Stimme ist immer noch kein Stück besser nach dem Kotzen von 11 Tagen oder 12 Tagen. Deswegen muss irgendwas sein, vielleicht irgendein Scheiß. Magen geschwürt oder so eine Kacke wieder. Keine Ahnung, man. Ich habe schon viele Medikamente abgesetzt. Ich weiß es nicht an Moody's. Ich weiß es nicht. Trotzdem gebe ich mal best, my best, my man. Das war für uns ein Star. 702 Tage. Jawoll. Das war unser. 702, 605. Digga, überlegt euch doch mal, Alter. 700, 600, wie viele Tage das sind, Junge. Es ist besser was zu tun. Ich war es einer, Digga. Hey, vielen lieben Dank für mein Herz. Wirklich, Alter. Oh, nochmal. 700 Tage, 600 Tage, 500. Ey, das ist ja übel, heftig, Mann. Kannst du mich zum Einladen? Na klar, Bro. Komm, ist die Dinge geschlossen. Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir. Ich verstehe es nicht. Wer kann reinkommen? Wer will? Wer hat noch nicht Freunde? Was wollte ich überhaupt nicht sagen? Irgendwas wollte ich da nochmal bauen, glaube ich. Klasse hier, Pfarrer und MP5. Aber MP5 fließt man sonst irgendwie. Ach, Grau hat er Zachi reingeschrieben, ja. Wo ich jetzt von der Grau nicht an so viel halte. Aber wir können das gerne machen. Das MP5 muss ich hier ändern. Da kommt das Ding dran. Und... Jetzt wollen sie es wissen, Leute. Moin, Mirko, grüß die Schnucki. Grau hat sich der Zachi gewünscht. Grau. Ah, wo ist? Habe ich die freigeschalten? Hat man die immer freigeschalten schon, ja? Wusste ich gar nicht, dass man die freigeschalten hat. Habe ich auch nicht gewusst an Moody's. Snaggy hat sich die Grau gewünscht. Dann zocken wir auch die Grau auf den Snaggy. Wo sind die Grau? Da ist die Grau. Licht. So, ok. grüß dich lustig starten zu zwielfahrende runde leute wir machen und ihr bock habt titan quest prüfung mit den zu portland zusammen verstreichen dass ich mir gleich da leute da ich wieder fit da kurz music music ich bin Vielen Dank. 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 Du musst heute nicht im Schätz sein, Schnuckelhase. Du wisst ja selbst, wie es ist, Leute. Man läuft so, mal so, mal nie sieben Jahre lang jeden Tag alles cool. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so im Leben. Ist so im Leben, ist so im Leben, aber ich möchte nicht mehr so was im Stream überreden. Ich kann gerne in der Privat-Ed so was schnacken, aber das muss so nicht mehr sein. Das war doch fett auf dem Kopfdruck bei dem Jochen. Ja. Was ist denn mit dir los, Junge? Was ist mit dir los, Junge? Was ist mit dir los, Junge? Das ist doch nur eine Vorrunde. Hey, Michael, grüß dich, Schnucki. Da, 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 ey, ey. Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Was ist denn los? Das muss, muss, Trubi. Auf jeden Fall, Brudi. Und bei dir alles schick. Und bei dir alles schick. Alles schick. Alles schick. Alles schick. Was ist denn los? Wir müssen los. Wir können noch BG drunter, ja. Wir müssen los. Wir müssen noch einfach kriegen dann halt. Aber du bist vielleicht auch weniger da. Wenn wir Glück haben. Schill an der Zonne! Da, 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 da. Bockert, grüße. Na, bin Jens. Schönen guten Abend, Schubis. Jetzt wird es Volt, Volt wird es jetzt. White, white, rest, dudes. Der hat drei Hits gekriegt, der Dude? Drei Hits mit der Diebe und nicht mal Shieldbreak, oder was willst du mir sagen? So ein Scheiß, Junge. Die, der Schmutz. Ja, auf jeden, Alter. Feuerrate wie eine Bockwurst, Junge. Es scheint auch kein Damage mehr mittlerweile, die Waffe. Damage is not more. Not more, no, Brudi. Wer ist das für eine E-Mail gekriegt? Von wem ist das? Von meiner Bodenschutzfrau? Oder schreibt sie jetzt? Das ist doch Wahnsinn. Kannst du damit noch anfangen? Hallo, der Kluge. Ich habe die Druckdatei erstellt. Ob sie richtige Qualität hat, werde ich am Dienstag, wissen, ich gebe ihnen Bescheid. Okay, ist auch okay. Fliegen wir aufs große Haus werden bei Ihrem Team? Ich glaube, kommt noch so ein Team mit. Ich sehe jetzt links nehmen wir erstmal keinen mehr. Nein, wir fliegen rechts nehmen wir uns ins Haus. Was? Digga, komm schon, Testbacke. Mann, mach dich doch da rein, du Bastard, Digga. Gönne, Junge. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Da und da. Oh, den müssen wir gleich wieder finden. Jeder scheiß Kiste hier drin. Der Kopfgeld ist bei uns ja im Bunker, ja? Ja, wir machen da direkt mal eine Aufklärung. Ich mache echt eine Aufklärung. Oben drinnen, die stehen schon oben drauf. Hat gute Hits, der Dude da oben. Wollen wir da hingehen oder was, Leute? Seid ihr da? Alles klar. Und drauf ist der Dude. Wir haben noch einer, glaube ich, müsste es sein. Dann muss aber noch einer sein. Hier, da links runter zu den anderen jetzt im Bau. Das ist eine bessere Waffe, wenn du, ey. Das ist effektiv, Mann, ey. Krieg schon wieder, oder was? Zeig zurück, da. Der Check-Bike oben. Da hinten hier in die Penner. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Wer dort überlebt, wird entneut. Ich kauere einen da oben. Okay, okay. Oben auch. Von da unten. Zwei Mann sind da unten noch. Wo ist der Hände bei uns hier? Das check ich schon wieder nicht. Links neben uns. Hier. Okay. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Okay. Das sehe ich. Bei dir. Ich habe noch einen geholt. Da sind wir falsch. Wir müssen hier runter, Bro. Ein bisschen weg. Ich hau ab, Digga. Lass mal abhauen. Das bringt nichts, Digga. Der hat alle eigene Waffen. Der kommt jetzt hier. Hat gute Hitze. Ich brauche dich, der Slow. Der ist guter Hitze. 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 Lass uns mal weglaufen. Das macht ganz keinen Sinn, Digga. Wir haben alle eigene Waffen. Wahrscheinlich mit dem nix. Ja, ich krieg nochmal einen Sniper hinten rein. So geil ist das Game, Junge. Jawoll. Können wir auch Drohne? Ja, Digga, die verfolgen uns als Todes, Leute. Vielleicht gibt es einen Sniper drauf und dann war's das. Junge, verpiss dich doch. Ey, wäre es schön, wenn wir uns helfen könnten, die ganze Zeit, Bro. Das kann man jetzt. Können wir noch Kollegen, wenn wir noch irgendeinen Großwagen haben? Digga, die nerven mir ab, die Dudes, Digga. Bei mir auch. Bei mir auch im Team. Das ist doch scheiß, alles. Mein Fick. Also, ich habe mal eine Sniper jetzt gefunden. Vielleicht drückst du den Alten ein bisschen. Der ist nochmal gehärtet. Und wo schießt denn der überhaupt, Digga? Ich seh ihn nicht mal. Wo, was schießt denn der von wo, Digga? Ich seh ihn nicht. Ja, ich guck gleich nochmal. Anderes Team jetzt, oder was? Das ist das zweite Team jetzt. Ja, andere Team. Was? Digga, ich bin noch drauf auf den Wasserkopf, Junge. Ich hab noch was zu erwähnen. Ich hab noch was zu erwähnen. Guck mal, Munik ist er. ja komm der slow dankeschön mark mein lieber und johannes vielen vielen dank für eure sterne süßen leute vielen dank für eure supporter mutig kuss auf die pussi junge attraktierte fuß momentan fangts richtig ab 3200 damage, 2 kills ganz schön stammert dein teammitglied hat den kampf verloren und kehrt zur wand zurück nur du und der feind, bring es zu Ende ach was ist ja niedlich, Alex, ey ah, mann mehr fucking mann also, mega alles klar ich sag euch, wir brauchen die scheiße aber nicht mehr ne, das ist einfach nur ein hammer, alter bei ein treffnig ist da bei uns mal supporter gewesen oder nicht, treffnig ist auch ein deutscher das hat manche geben, denk ich mal ich habe halt auch nicht gehört, ich habe genau wissen ob ich gebe ihm bescheid die schicken wir die ganze zeit noch bilder mit irgendwelchen promostuhl was ist das mit einer bodenschutzmatte zu tun die schickt mir einen stuhl mit meinem logo drauf ach, wir können nicht was da los ist bei den Leuten na 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 für die bäsche familie der welt ein leben lang fabian schnucki putzi, Alter schön dank für den absolut geilen satz natürlich auch vielen dank für die sterne freue ich mich sehr doll darüber, schnucki Hase moin moin stefan grüßt die die schreien mich an links soll ich schießen dabei bist du denn ich hau mich weg das glaub ich dir dicker, Alter ist das putzi mal liebe grüße an die kleinen Mäuse da di da di da di da ja nicht zur Runde kannst du gerne reinkommen dicker, das vorher gerade nichts die Runde deswegen wechseln wir jetzt noch nicht danach kannst du gerne rein ballern das insta wahnsinn ist denn ich überhaupt noch da der alte Öltes, Alter? boah, die scheiß kann man nicht antun, Alter hallo stylers stylers, ekel Hund was bei uns in der Lobby stylers ist in der Lobby bei uns die Spielerturniere die Spielerturniere wagers die sind bei uns drin das Spielerturnier stylers, ne? Finale du hast mich gerade abgeschossen ey, fett Backe du hast mich gerade abgeschossen spielt dir Finale sagt gerade irgendjemand bei mir? ja, das passt die sind safe drin Alter, das ist doch eine Nutte, Alter der soll sich abmachen, Alter das ist doch Haram, Junge mit Pro Ersin gegen Pro Ersin ist auch bei uns in der Lobby Pro Ersin oder was? ja, die spielen Spielerturniergegner, naja ein Streamer für den Zuschauer ach du scheiße leger ja, dann gg, Alter mit Ersin noch dabei ist das finden wir das sind nur noch zwei ja, ja ja, ja ja, ja das ist ja nicht so schlimm kann nur einer sein von denen entlangt so der Freude ist nach vorhin vor gestorben hat es auch gesagt, Alter werden wir noch wahrscheinlich, ja siehst du ja, so schnell geht es, Alter der scheiß soll man hin Leute dort, Arsenal oder woanders hin Lupe? ja ja ja, schnell aber wieder weg, mein Lieber bist du irre oder willst du uns umbringen? willst du uns umbringen? ist der Maulwurf hier? Elm Street Elm Street ist drinnen? wo ist denn Elm Street? ja in der Lupe okay ja markiert denn deine Lupe? weine danke Fabi, mein Lieber zu klar vielen Dank für deine Sterne, Brudi zurück du Wolfs Junge Brudi Chrissi, grüße dich Ne, halbfinale Spiele, genau halbfinale Schaden noch halbfinale naja, das müssen wir machen, Digga dann kann man das nicht wegknallen lassen das verstört das Ego hier, Leute Leute das verstört das Ego, Mann Spaß alles easy guckt es hier mit oder was? ich weiß nicht, ob es Killing gesehen direkt gejagt oder was? Bro einfach mal die Plüterung an, wir haben sonst eh nix da, oder? Andi? hat meine Wand raus? ich so raus du guckst die Wand an, wo komm ich? ja, jetzt gehts, gehts guckst die Wand, Alter komisch ich kenn das, ja, ja, alter ja, der war leckte Stürze hier gerade ich muss doch mal die Wand angucken, ist doch nicht so schlimm ist doch nicht weh, was ist mir echt denn da rum, sondern eine Kiste ich hab so eine Rüstungskiste gefunden, ob ich nicht mal Platten habt, die alle drin, aber ich bin relativ nah dazu, dann habe ich genug Zeit oh, hier, was ist da? La Lupe, oder was so? ja, ja zwei mal noch, ja sind die bei euch close, oder wie? dann scheiß drauf, wenn die weiter weg sind, scheiß drauf, Digga erstmal versuchen wir mal ein Dinger zu kriegen ich bin rot aufklärung im Anschluss jo, und im Haus ein Einzelner nur, Digga der Hof beginnt Überflug ja, erhint aber schon auf Sicht ich bin auch es war nur einer, aber hä, was ist denn da los? da kommt noch ein GP fahren, das nicht haut ab merkwürdig Digga, wollen wir zur Lupe hin, oder was? ja, müssen wir, ja wir sind noch ein Gegner gewesen aber Lupe war Gegner Seiler und Ertl sind raus wegen Paketverlust, ach was was für ein Paketverlust, Junge ich mach keinen Scheiß, Hamoudi für Junge sehr gut ja, Seiler ist es auf den anderen austieren ja, wir hast ja Glück gehabt ja ich lasse die Dinge liegen, Alter so ein Affe, Alter, hätte man drinnen bleiben können das war ein Turnier, das verstehe ich schon Turnier ist ein anderes der werft was denn das? also nicht wieder gerade wir haben sie hätten die rausgegeben, dass es kein Turnier wäre, Alter weil du das nicht abgeschrieben hast, deshalb ja, wahrscheinlich, Alter hätte ich mal nichts gemacht, da Sturmgewehr, schade, Mader wo raum ich wieder? ok ich hab, ich hab alles ja, wir können auch bald kaufen, Digga nach der Kiste oh, wir haben jetzt auch noch zwei Kisten, doch bist du orange? ja, ja, hier ist noch ein Rucksack jetzt zurück zum Einkaufswahl können wir einkaufen, let's go jetzt zurück zur Lupe, meine ich Einkaufswahl, die sind dann was denn du ein T-Shirt entscheide dich mal das ist ja orange gehst du zur Linken, Matisse? ja, ja, Matisse wo haben wir jetzt einen Einkaufswahl hier nächsten, Bro? hier gehen wir hin ja, Matisse Matisse, auch schon der Name ey, Pascal Brudichchen, vielen Dank für deinen Support-Schnucke danke für deinen Scherner-Brudichchen René, grüßt euch und rausgegangen Auto fährt aber Auto fährt Auto ausgestiegene wo, Bro? der kommt hier das scheiße auf dir, dass wir mal Waffen kaufen, bitte oder kommt der zu uns? der kommt, der kommt okay, das ist in unser Kopfgeld der schwer ich komme rum ich komme rumgelaufen Baitet die, baitet die, baitet die ich brauche jetzt einen hab ich, Bro Mehrere weiter baiten, weiter baiten, machst du gut, machst du gut, Bro dann musst du nachladen Digga Digga, ich fick das sind, das sind drei das sind zwei Teams das sind zwei Teams, Leute sind wieder wieder zwei Teams, Digga wieder zwei Teams, Bro Du bist jetzt in Gulag überlebe, um erneut eingesetzt zu werden Gulag hinter dir, hinter dir jetzt geht's vorne die Runden sind auch immer göttlich die Runden sind auch immer göttlich Digga ziehst du einen Weg schießt den zwei und möchtest den Rücken nochmal ein 3er Team wir sind das schon wieder von der Wache ist das ein vollstumatischer ja einfach Hammer nehmen das spielen wir mit du kannst du mit Hammer spielen ja ja das haben die gerade gesagt Heimfinale vom Seite raus hat der Paketverlust wir haben gar nichts über den Paketverlust oder hast du ein Problem mit mir ein Teammitglied hat den Kampf verloren und kehrt zur Basis zurück hey ich love it ich hab Geld für dich euch und du bist unten kannst du wieder überleben Matti ich glaube ich sind da auf jeden Fall irgendwo ach Digga Style ist schon mega gut ich glaub mir wir haben schon öfters wie werde ich in Lobby gebombst einmal er mich einmal ich ihn einmal dein ganzes Team aber er hat auch viel viel Glück dazu Digga der ist schon tausendmal besser ich hab bloß ne Pistole und ne Hammer versuch's aber ich gucke nochmal von wo der läuft weg der läuft hier hin ja Live-Macker ich mach den Hammer ich mach den ach das das ist jetzt scheiße es waren 2 und 3 Stück auf dem Ballast Digga nicht so low bro der Chill-Breaker es sind zwei Mann die sind das okay okay ja die anderen gaben von der anderen heute wir müssen doch mal bis zur Kiste kommen irgendwann heute der fuckt mich grad richtig ab alter ähm ja 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 hab das Ziel im Visier da könnt ihr da hinfliegen mit dem über euch fliegen sie mit dem über euch fliegen sie aber ab das bringt nix jetzt weg Digga da auf am Rand lang am Rand von Berg rechts lang da auf hinter jetzt genau über euch haben euch gesehen glaube ich genau einfach am Rand da lang glaube ich ein bisschen oh der nächste Ballon bei euch ist das schwierig jetzt nimmt den Jeep halt und ballert zur Lupe hin das sieht kein Falschum der Wichser alter Digga hast er runter errollt oder was Digga gerade noch Junge wo ist der los im Normalen wurde es gleich gestorben wahrscheinlich Digga Falschumst wieder nicht ziehen aber er kugelt runter Digga sagst du mit dir also geht doch zusammen zum Jeep hinten in der Kisten noch überall den Golden Owner Bro ich werd schon einen wieder kaufen wir können beide wieder holen noch eine Kiste oben drinnen Mati ja genau Einkaufswagen ist wir müssten ein bisschen miteinander sprechen immer kommt hier ein bisschen lang und die Mackie mit die ist besser glaube ich die Mack 10 hat doch mehr ja ja die ist besser und hat doch mehr Schüsse drinnen ja ich soll mal gucken der nächste Einkaufswagen ihr könnt da hier hin ballern hier ist auch noch ein Seil falls ihr mit dem Seil doch fliegen wolltet oder ihr fahrt erstmal zum Einkaufswagen was ist denn los? da ist doch eine Mine drin da ist doch eine Mine da zieht sich um schief kommt ein Fremder fliegt über zum Seil runter zieht euch mit dem Seil weg die sind ausgestiegen und ich weiß nicht macht wie er denkt macht wie er denkt ja Alter das hat keine Ballon ja ihr habt noch Zeit die Zone ist langsam glaube ich obwohl naja so viel Zeit habt ihr nicht mehr da springt die auch unter den Shop oder ne? ne? ihr könnt von dem Ballon aus zu dem Ballon Factory vom Factory Ballon aus zur Lupe hin ne wir treffen die nicht ihr habt doch gut Leben alter wir fahren aber ansonsten habt ihr hier noch einen Shop erstmal ja so schnell kommen die da nicht hoch würde ich grad sagen geht rechts zum Shop vielleicht und da erstmal zum Ballon noch mal rennen Factory und da gemeinsam im Effekt wir fliegen halt nach Doxon machen die Lupe gemeinsam so nabend Andreas da sieht ihr der Leute immer Glück dazu das stimmt Chrissy Brody das stimmt danke dir soll ich sagen wir mal zur Lupe hinfliegen oder was da hinten wollen wir uns da treffen ich glaub anders kann man nicht mehr an die Kohle ran heute in meine Kiste kriegen kommt der da hin irgendwie oder gibt's da Probleme ja das war doch mal ich hab den Fallschirm wieder Probleme aber jetzt müssen die gehen wenn jetzt einer kommt dann die Evil down Digga also die gehen dann die gewisse Waffe die man nie hat Vorratskiste gefolgt sofort sicher die war schon gelootet alter oder mal die Lupe ich hole mal die Lupe Lupe hole ich ja ich guck nicht an ich mach nie den Namen Christian ok dann können wir einkaufen lass mal zum Shop hinter du bist ja schon da mein Shop lass mal zu dem Shop ja komm macht mal Luck die Dinger nehmen wir noch an ich lege mein Geld hier ab ihr könnt schon mal einkaufen ich würde noch die Sinks annehmen die white card müssen wir uns ein bisschen beeilen bevor ein anderes team kommt hier wieder schmeiß die kiste bitte mal aufs dach dann drauf auf das dach da wo ihr dran steht ich habe Bock dass wir da wieder gleich gepusht werden wir sind ein team miteinander, seht ihr das? wie gesagt redet ruhig ein bisschen mehr als zu wenig das ist sowas von wichtig das ist scheiße digger ja ja hau raus direkt bro jetzt hast du die kiste genau auf den turm draufgeschmissen wenn der becher ist da kommen wir nicht ran das wird schwierig wir kriegen die kiste glaube ich nicht müssen wir mal gucken dann müssen wir wahrscheinlich mit dem seil fliegen wir kommen da so nicht ran digger das geht nicht ne kriegen wir so nicht was ist passiert digger das ist blum wir fliegen hier drüben Leute wir müssen zum seil fliegen ich mache einen dreh jetzt hier drauf ich fliege zum seil jetzt hin wir haben einen am seil stehen da vorne da würdest du uns am seil hoch oder wohin? lass uns mit dem seil aufs dach hoch aber man wäre habe ich glaube ich nicht im bot, ne kann ich dir nach der runde zeigen ich habe es nicht geschafft bloß ich bin so fett zum scheißen jemals ich habe mich jedes team von ich werde getroffen die pittige kiste glaube ich nicht da landet einer und wo schießen die denn eigentlich? ja hier auf dem bach ist auch schon einer jo macht schon bock das game, macht schon laune, macht richtig bock das game, macht richtig bock das game gleich raus wieder alter, können wir am arsch lenken die Leute stimmt man kann es gar nicht mehr laufen alter, stimmt man kann es nicht mehr laufen gerade hier unten ich schaffe es ja nicht mehr witzige Matthias, ich tue mal so wie so viel damage, bro ich schaffe es ja nicht mehr, du bist so, du brauchst ja nichts mehr machen ich schaffe es ja nicht mehr, du bist so, du brauchst ja nichts mehr machen du bist so krank man sie hört weiter man hört es anders noch, jetzt zurück zur wagen jetzt zurück zur wagen Let's go dude, jetzt sind wir schönen Abend hier Süßen, wünsche ich auch ebenso Mahlzeit! Mahlzeit! Schreibt mal rein, wollen wir mal zocken, weil wir mal zur Kiste kommen, weil Bob ist jetzt nicht so der Fall im Titan-Modus. Wollen wir die Dings zocken, Leute, die STG zocken mit der MP5 zusammen oder wollen wir VKM zocken mit Blixen oder Sniper mit Volksstromgewehr? Dann schreibt mir nicht mal einen scheißen Raketen einfach rein, dann knallst du ja richtig, Leute. Dann knallst du ja richtig, Herr Modis. E-Mail, grüß dich, Alex, guten Abend, hab's vorhin mal versucht, auf PS zu spielen, also Controller werde ich nicht mehr. Ja, Digga, mehr versucht. Du musst mindestens 1, 2, 3 Monate zocken mit Controller, bis du reinkommst, ist ja normal. Oder hast du versucht, mit der Maus zu spielen am Anfang und du brauchst direkt drinne. Bestimmt auch nicht. Es dauert alles Zeit, Schokolade. Glaub mir, der 98% der Profi spielen mit dem Controller, es lohnt sich da ein bisschen zu probieren. Wenn du nicht so ein ungenutiger Mensch wie ich bist, dann natürlich nicht. Aber Digga, ohne Scheiß, wenn ich mit Controller drei Monate lang durchziehen würde, wäre ich auf jeden Fall besser als mit Maus. Ich habe das Kind ein Geduld dafür, da würde ich abticken, würde ich da, der Controller wäre neu, dann wäre direkt nach zwei Tagen kaputt. Ja? Ja? K98 zock ich nicht, Brudi. Du meinst die PKM oder die, 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 die Dreliniengewehr? Roboter habe ich auch nicht hier gefragt. Ich habe gefragt, StG, Snabor, oder PKM. Mödi. Ich habe doch gerade eben die Amager ihrer gezeigt gehabt, Stefan Digi. Guckst du auch ins Stream rein, oder was schnucke? Ich habe die ganze Zeit extra die Amager ihrer gezeigt, Bro. Hier nochmal, Hasepups. Augen auf dem Straßenverkehr. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Und klicken sie da. Ich bin gleich über den Schlüssel 하나. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nicht mehr normal. Mit dem Bauplattform haben wir gerade 8 Kills geholt. Das ist doch schön, das ist mega, Bro. Sniper halt. Also Sniper meint ihr als Schnuckiputzi. Hast du Bock drauf? Da hast du. Da ist Sniper, okay. Sniper, PKM. Und das sind jetzt die Antworten. Sniper und PKM. Ja. Du musst doch noch einmal was reinschreiben, Leute. Was steht 1 gegen 1? Hab gar nichts mitbekommen. Wir haben gerade geredet, was es im Essen noch gibt. So, diese Schiffenflugie. Alles easy. Ich hab mich wirklich wundern. Du schreibst dir Amaguerra. Ich zeig dir die Amaguerra gerade. Und dann schreibst du noch mal rein. Leck das so hart, ja? Ja, aber jetzt geht's. Wärst du noch kurz warten in der Vorrunde, würde ich gerade sagen. Und wenn es in der Hand hält, gehen wir noch mal raus. Mal hörst du die Nachricht eigentlich komplett ab? Ich hab dir gerade gesagt, ich weiß, dass du eigentlich mit mir spielst. Ich hab das gedacht, dass das das Start-In-Finale ist. Oder wie sagt man zu das Finale eben? Da hat aber einer reingesagt von meinen Mates, dass du Halbfinale gerade zogst. Ja, mehr war es nicht, du Hüßlein. So akkursieren wir mal während des Spiels, Digga. Bleibt mal Freunde von euch, die zocken, Alter. Während die zocken eine Nachricht. Was willst du? Und schreib mal, wenn sie nicht zocken. Jo, was geht noch? Die sind voll am Absiegen, Junge. Voll im Element, Diggi. Voll im Element drin, ey. So. Das war ein Chilisch-Hund-Hand-Kerai. Oder so eine Ex-Sonne, fast. Was ist denn, meckern, meckern, das ist eine Manktage. Meckern, das ist doch nicht weit weg von uns, Christa. Was ist denn das für eine Manktage, ey? Na, ob das Chilisch würde ich weiß nicht. Oliver, grüß dich. Vielleicht der hat der Schilisch-Pick-M-A-Round. Oh, what. Oh, what. Oh, what. Oh, what. Guck mal, wie es jetzt läuft. Öffentlich nicht so beschissen wie immer. Ah, kann nur besser werden. Oh, die Mensch. Nicht so, man denkt nicht so gut. PS-Anzeige auf der PS4. Kannst du eh noch auf 60 kommen, oder? Das würde ich gerade sagen. Ich bin mit einem Team gelandet. PS-Anzeige, PS4. Das ist... Glaub mal, die will ich nicht eigentlich Zeit haben, die 60-FPS. Die werden... Die wird das wahrscheinlich nicht mehr haben, Alter. Töte alle Ziele! Ich weiß ja nicht, ich werde jetzt nicht stolz auf, wer in der 50-60 steht. Nee, das ist wirklich auslassen, Bro. Ich soll schon direkt depressiv in den Tag rein, Alter. Lasst das mal lieber. Der Hammer ist Mana, Decker. Den Hammer werde ich richtig abdrehen. Nicht frei. Der Geharte liegt doch mal bei mir drin, Andi. Hier. Oh, hat Markuera's dann markiert? Würde ich sogar snacken? Oder wenn er einfach echt genau rutspielen, wenn er will? Alles da, dann wäre einfach... Ein bisschen mehr mit, Herr Moody's. Hä? Ach, da oben müsste ich... Oh, Mann. Wer hätte das da oben sein? Was macht ihr denn da, Leute? In dem Haus? Das ist doch die ganze Zeit, die Gärte zu finden, oder was? Das ist doch markiert. Wenn ihr da steht und das nicht seht, dann brauchst du bis da oben gucken. Das ist so schwer, sind die nicht, Leute. Stehen die da und gucken. Ich war jetzt drüben in der anderen Halle. Warum das? Von rechts kommt... Ah, nein. Ja, wir haben auch gleich Geld zusammen. Von rechts kommen die gleich. Wir können einkaufen. Ich auch, Herr Partliner. Jo, ich auch. War es zur gleichen Zeit, oder was? Warte eben, ja. Ich komme jetzt zu euch gleich, Leute. Wir kaufen einmal in einem großen Haus, Home Town. Ich komme jetzt zu euch, warte. Ja, das hat ja jeder von uns. Da ist Dammel. Geld liegt. Bunker hat er noch gefunden. Komme. Ich bin wenigstens nicht im Baum oder so hängen geblieben. Das kommt noch. Du bist ja nicht im Baum, ja, bis jetzt. Das ist ja noch nicht, ey. Du hast einen Ballon zu mir hier, musst du aufspeisen. Die Palme zieht dich magisch an, Junge. Richtig unlogen. Ja, Montage, wir möckern, Digga. Zehn Minuten von zu Hause weg, großer. Jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Das ist nicht Montage. Montage bei mir war immer Ausland oder ein bisschen deutschlandmäßig irgendwo hin. Aber direkt erst mal fünf Minuten von Mutti weg. Zu kleinem Baum, drück dich, Christoph, Diggi. Ich drück dich, mein Schokolade aus. Glaubst du, oder? Achso, ne, hä? Gib her, ne, ne, Fabian, gib her. Nein, nein, Fabian. Ich will niemanden beunruhigen, aber die kommen natürlich draußen lang. Ja, wir schmeißen dich jetzt hier hin. Drohne, Mati, hier. Kauf eine Drohne ein noch. Hau die raus direkt. Zack, muss ich mal hoch. Dann bist du auch hoch, komm. Da sind es zwei, drei Leute, oder was? Zwei. Beide gute Hits, Leute. Schildback hinterm Baum, Schildback, KO. Ein Huppig. Gute Hits, wir kommen. Unter uns, close, läuft ein Hunde rein bei uns, oder nicht? Nee, war da vorne drin. Huppig, Schildback. Guck dir das mal in den Damage, Alter, Digga. Ich bin grad voll am abdacken, Alter, Junge. Oh je, Balloch. Letztes hinten gewesen, ja. Der läuft hier. Achso, sorry. Das war mir geschossen gerade, ja? Willst du mich verorgen, oder was? Mach mich nicht kaputt, großer. Ich hab Angst vor dir. Spaß, die hier. Der läuft weg, der läuft auch hinten rum. Anderes Team ist das, glaube ich, Bro, hinter dem Stein hier. Der läuft jetzt nach rechts runter, oder was? Der wird fliehen, weil der wird hinten runterballern. Alter, das mutig, Digga, dreht sich um den Ballert noch. Der wird rechts oder links langlaufen, unten am Fußboden wahrscheinlich. Der wird nicht fliegen. Das Schlausel läuft da rechts oder links jetzt lang. Wo ist denn hin? Der hockt da unten, hockt der. Der war aber close jetzt, ja. Da hab ich mir aber verdient, Mann. Mach dich raus aus dem Loot-Lappen. Hallo, hallo. Dass wir zum Einkaufsfahren gehen, nochmal eine Drohne kaufen. Hallo, schau. Das Nachhinein der Pflege ein bisschen. Fahrer sagt dir, aber heute, ja, das war aber die Range, immer die Range, Digga. Die Range macht, du kannst damit ein Veröffentlichung, wenn wir auf, 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 mit Long Range Ballern, macht auch Müllbock. Aber so weiter, wirklich weiter weg sind, Digga, ist der Damage, wobei zu extrem. Aber Fahrer, Grau, das meine ich ja. Man kann ja auch nicht herangehen, man kann ja seine Spieler selber anpassen. Ähm, wo haben wir jetzt die Leute? Da würde ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, Leute. Wir können eigentlich mit dem Ballon hier, können wir ein Dings machen, im Bunker-Ram-Dingen. Ja, dann lass uns mit dem Ballon im Bunker ran. Ja, er läuft aber im Haus hier drin, ja. Äh, was würdest du mit der Ama zusammenspielen? Ähm, mit der Amaquera, na, da spiel ich alles zusammen. Entweder ballerst du die als, äh, MP, ganz normal als Klaus-Menschwaffe, mit jedem Sturmgewehr zusammen. Oder brauchst du halt ein bisschen anders und machst du halt das Sniper-Support. Andere Laufhalterinnen. Der läuft hinten hoch, Digga. Da, die Picker, eben die Zwiebel echt rein, Leute. Kein Vibe, kein Vibe. Ich will eben bloß noch looten, dann gehen wir zum Bunker, Leute. Bei unserer Home-Town. Ich kriege mit dem Ballon zum Bunker, denn, ne? Ich könnte noch mal ne Drohne kaufen. Äh, mach ich auch gleich, ich muss die Waffe nachnehmen, aber scheißegal. Jetzt weiß ich, die Schussrechner aus. Probiert mal die Picker aus, Leute. Macht echt Laune. Wollen wir mal. Bunker. Bei uns, hinten ne Bunker. Ja, ich hab eh die Karte. Haha, schweiner, leider. Müsst ihr eh warten, bis Papa kommt, meine Freunde. Let's go, dudes. Geh, 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 ja. Komm, der Bunker ist ja auch schon offen. Alter, bist du denn behindert oder was, Junge? Erschreckt mich doch nicht, Junge. Reden sich um, er ballert mich weg, der Lappen. Alter, du Frechdachs. Bunker ist noch zu nice. Habt ihr alle von euch ne S-Mine oder sowas? Ne. Ne, leider nicht. Ey, Digga, lauft doch nicht noch zu mir hier. Es sind doch drei Leute da, die Eierköpfe, Mann. Das riecht voll durch mit dem Looten, Junge. Du kannst dich verpissen, Mann, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da, Matti. Weißt du, was ich noch mal machen, Matti? Lass die Kiste jetzt extra zu. Jetzt hole ich mir die erst. Damit ich genau weiß, Digga, das ist mir. Das ist mir, du Toast, Bro, du. Ich hab mit Fett Cash nochmal gefunden, Leute. Die Kiste dann nicht geholt. Ey, ist doch ein Witz, so. Ach, die läuft ja vorbei, oder was? Bisschenerisch, äh, weil die ist stärker als die normalen. Weißt du, was denn das? Sieben Aufsätze, ich hab alle sieben Aufsätze jetzt ab. Ach, was? Ja. Zieh ich nicht, oder? Siehste? Ähm, Wo haben wir jetzt den nächsten Job? Wir können ja hier hin und danach gehen wir zu dem hier. Probier mal die RPD aus, wird ein wenig stärker. Die hab ich jetzt, die gespielt, gab sogar gestern eine Runde auf Stream. Die RPD, Digga, die ist gut, aber stärker finde ich auf keinen Fall. Die RPD ist ein bisschen besser, vielleicht auch mit Range, wenn überhaupt. Die RPD ist auch gleich nicht, aber klar. Der war kein Kopfgeld. Der Geist gefunden, aber das ist sexy. Aber ich finde auf jeden Fall, äh, vom, äh, also, die RPD gibt die RPD nicht stärker als die BKM, es helfen nicht. Obwohl ja auch nicht schlecht ist, sag ich nicht, so ist es nicht. Boah, du kannst auf jeden Fall miteinander gut vergleichen. Die sind beide starke Waffen. Das ist mal zum Ballon gucken, hinter der Einkaufsfragen hinternehmen, man kauft uns erstmal alle ein, was wir brauchen. Die Muni kriegst du mir auch gut tun, ich hab nämlich keine Granate, keine Spritzen mehr. Aber auch schön. Du hast auch viel, das ist sexy. Schon immer. Findet man aber relativ selten, finde ich, Alter. Ja. Geistchen, ich muss dann drühe, Alter, ja. Marco, grüß dich. Ich hab was geben. Ähm, mein Schnuckelhase. Aber auch Ehre habe ich nicht einen Bot, wenn der irgendwas wissen wollte, sagt es einfach, dann sage ich euch, wie ich die spiele. Ich muss das mal irgendwann mal machen, aber momentan ist... Wo? Was? Zu uns? Zu uns, zu uns, zu uns, ja. Okay. Oh, der läuft, ich hab den gesehen. Wollte die Box mit haben, musst du hochpreisen, Dig, Alter. Ich hol mal ne Drohne direkt. Was ist ne Torsten los, Junge? Ohne nur das Recher, das ist ja ne Bier hier. Ich nehm mal noch ne Kretzi mit, Leute. Kann ich noch ne Drohne von euch mitnehmen, bitte? Ich hab ne Drohne. Ja, komm mal her, Fabi, Geld hier, Fabi. Warte, ich kauf die Drohne ein, ich kauf die Drohne ein, ich kauf ein. Ich kauf ein. Komm mal hier. Fabi, hör den mal, nimmst du die Drohne mal mit, Bro? Ja. Sexy. Was taufst du jetzt Ausrüstung für was, Bro? Ja, ich will durchgeistern. Ach so. Du musst ja in den Schrank gehen. Geh doch ran. Ruhe, bitte Ruhe. Ruhe, ich bin rot. Der nächste kommt auch noch Leute. Der nächste ist hinten. Drohne raus, Drohne raus, Drohne raus. Ja, mach ich schon. Und in dem Stein ist der. Und nachlagen. Der, der im Stein hat gute Hits gekriegt in dem Stein, der Dude. Nachdach, man ist halt echt mühsam, Alter, bei der Waffe. Was ist der noch in dem Stein, der Dude? Sniper, auf mich, weil irgendwo anders. Weiter links. Von links kommt noch einer. Ja, links, den sehe ich da, den Dude am Baum. Hat gute Hits, links. Der Dude hat gute Hits gehabt, links. Ist der rechts hin. Wow, wow. Richtig. Kontakt, Kontakt. Schildbreak dahinten, der Schildbreak. Ja, das ist der. Hinter uns noch. Hinter uns noch, hinter uns noch. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Jo. Ja. Und mit dem Ballon weg, Leute. Mit dem Ballon weg, oder was? Ja, sicher, sicher. Da läuft einer hier. Ich habe 2k, ich gehe hin, ich pushe, ich brauche euch. Genau da, wo die liegen, Digga. Genau da, wo die markiert sind. Einer snipet noch. Sniper, chillbreak. Ich gebe mir mal einen Platten. Team Vibe, schön gemacht, stark gespielt, Männer. Boah, aus der Hüfte mega. Sag ich ja, welche ist er? Die Courtwire? Ne, Monterwaffe. Okay, ich spiele die mal Courtwire, Digga. Die ist noch ein bisschen besser. Aus der Hüfte zwar nicht besser, ich kann sie auch aus der Hüfte spielen, aber generell stärker einfach. Macht die Übelwock auf, gerade. Wollen wir noch Muni? Ne, Muni-Kiste bräuchte ich halt, aber Muni nicht. Ich würde einen Würz zum Ballon gehen. Ich hole mir nochmal einen neuen Prezi, Leute. Und ich könnte euch nochmal eine neue Drohne kaufen. Schön gemacht, da heute. Ähm, da werden wir gejagt. Vergejagt, Alter. Was, was brauchst du eigentlich? Thermit, oder was brauchst du? Na ja, eigentlich bräuchte ich meine Spritzen wieder. Und Thermite, ja, damit nehme ich auch. Ich habe jetzt gerade nur Thermit drinne. Und Blendgranate, Sandgranate. Aber lieber werden wir halt meine Spritzen, meine Semitex oder Wurfmesser. Also den Modus empfehle ich sogar lieber Wurfmesser. Na, nach Dronik holt der Bodel Sniper da am Shop, ne? Bleibt dicht. Okay, ich komme. Ja, ist gut, weil wir ein bisschen kaufen. Ja, Mati hat auch Vergünstigung. Entweder Mati oder ich einkaufen. Aber jetzt legt niemals euer ganzes Geld aus. Ihr braucht immer 3.000, weil das wieder... Ich gebe euch Geld wieder, ich gebe euch Geld wieder. Kommt mal her. Ich gebe jedem von euch 3.000 zum Wiederbeleben. Das ist wichtig. Mal hier, komm mal her. Alles klar. Hier zu mir nochmal 3.000. Geld, ihr sehrte. Andi, nimm dir das Geld, Andi. Ja. Da liegt auch noch irgendwie Geld. Ich habe aber was. Hinten eingekauft, hinten im Zelt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Komm, 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 komm. Zwei rechts, einer links. Zwei links. Thermit ist unterwegs. Sniper hinter mir. Mann, lass uns doch hoch. Hinter uns noch ein Team. Hinter uns ein von der anderen Seite. Straßenseite. Straßenseite. Ja, noch eine Drohne raus. Erbündet den Drohne, in der Luft. Boah. Hab ich. Beim Lodi ist schon jemand. Im Haus drinne. Gute Hits. Gute Hits im Haus. Im Haus low. Das ist die PKM, die gerade zockert. Mati, Hoppe Reich, Nikolai, grüße. Sind wir noch da. Ja, der ist da um die Ecke. Ich komme. Wir haben den Dreckblomen im Ballon. Das Glas kommt. Wir gehen zum Ballon. Wir gehen auch zum Ballon weiter. Wir holen noch eine Drohne mit. Ja. Ist klar. Brauch ich auch ein Mittelstück noch. Wir haben ja nicht mehr genug, Mati. Wir haben ja nicht mehr genug. Wir haben ja nicht mehr genug. Wir haben ja nicht mehr genug. Warte mal, Mati. Hier, noch eine Drohne nimmst du noch mit. Komm. Ich komme zu dir, Bro. Hier. Ich scheiße auf mein Geld. Wir holen eine Drohne, nimmst du denn mit. Und wir fliegen dann mit dem Ballon. Fliegen wir zu unserem Home-Tour-Haus. Fliegen wir wieder hier oben drauf. Wenn wir es schaffen. Nikolai, schluckiputzi. Mein Sonnenschein. Vielen für den Dank für deinen Support, Bro. Vom Herzen, Dickiechen. Vielen für den Dank. Mein Lack, noch Granaten lagen hier noch. Wo lag die Spritze? Oben auf dem Lodot. Das hole ich mir noch, Digga. Ihr könnt schon ruhig zu dem Seil gehen. Schon mal zum Lodot fliegen. Alles ruhig, komm mal nach. Ich hole bis die Spritze jetzt, weil es mir wichtig ist. Ich komme jetzt hier aufs Dach hoch, Digga, oder? Wollen wir aber zum Shop jetzt. Ja, ja, auf das Dach drauf beim Shop. Da wurde die doch rum. Im Shop wurde die gekauft, ne? Alles klar. Dann fliegen wir aufs Dach irgendwie oben. Ich laufe, glaube ich, zu Fuß und du nimmst noch die White Card mit. Ihr könnt drauf fliegen schon mal. Das Dach ist frei. Ist er frei? Ja. Ja, geht frei, Dach. Ich gebe euch einen Prezi, habe ich euch draufgegeben erst mal. Ich glaube, da ist noch einer drinnen. Ja, ja, hau raus, hau raus, Bro. Ich hole mir den oben drauf. Bin ich low geschossen? Hinten runter, sprungen. Hab ich. Okay, sonst wäre ich jetzt Tag gewesen. Alles gut, alles gut. So gut gemacht, Leute. Macht euch gerne. Ich hole mir noch einen Prezi noch schnell. Wir bleiben erst mal hier. Markiert mal ein bisschen mit ihm. Wir müssen mal markieren, Leute. Weil ihr seht, wir haben gerade eine erweiterte Drohne draußen. Dann markiert, wo die Gegner sind. Immer woanders markieren. Wenn ihr seht, da schöne Marker. Das ist wichtig, Mann. Dass wir dann wissen, okay, da war ein Team. Okay, versucht nicht zu pieken. Lasst die jetzt kommen. Ihr könnt ab und zu mal aufs Fenster gucken, ob ihr einen Kill kriegt. Aber jetzt krampft da irgendwas aus der Fernhez. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen unsere Platten. Hier läuft einer. Hier oben zum Seil hin. Wenn sie den Sieg, werden wir uns jetzt holen. Wenn wir jetzt schlau spielen. Okay, Ballon, hast du das? Das ist wichtig. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, wo wir sind. Der Ballon wird uns ja so ausschreiten. Das, was wir sehen. Ich gehe eine Etage höher. Das ist natürlich dumm, wenn ich ein Prezi ausmolkere. Über den Gewicht bin ich noch einer Feind. Jetzt kommt es, kommt es, kommt es. Chill-Break ist da drinne. Noch einer oben aufs Dach drauf. Wir müssen pushen eigentlich, wir brauchen das. Der ist an der Seite weggefallen. Komm, wir pushen, Männers, wir pushen. So, vom Dach war noch einer, Matti. Ja, doch, einer ist auf dem Dach. Ja, das ist einer, ist noch da. Der ist nicht auf dem Dach, Bro. Da stand der 13. Abschuss in Rot. Hinter uns, hinter uns. Wir müssen aufs Haus. Wir müssen erst mal aufs Haus. Wir gehen erst mal über das Haus drauf zurück. Da geht die Straße unten lang. Wir können auch abfangen, wir können auch abfangen eigentlich, ja. Wir fangen die ab, Bro, ja. Drei Leute unten, die müssen zu uns hoch. Okay, okay, okay. Links kommt da auch eine. Die kommen alle jetzt, die laufen alle rüber jetzt. Komm, Renno, schneller. Ich muss nachladen. Der andere läuft hinten hoch, der andere tut, den hole ich mir. Der ist im Gas, der wird es nicht schaffen. Okay, den Vibe, ha? Ja, Vibe sogar. Nee, da hinten läuft einer bei mir hier außen. Anderes Team denn, Bro. Die Drohne ist aktiv. Nee, nee. Da ist die Drohne noch. Hab ich, hab ich. Schau, ne Drohne. Ich hatte schon, mach ich noch. Sauber, schön. Team Vibe noch mal. Sexy, Leute, sexy. Bro, ne geht raus. Ich muss nachladen. Das dauert. Ihr dürft die Zone, ihr macht damage. Ihr macht richtig, richtig damage. Ihr braucht in dem... Kommt gleich noch einer. Erstmal ins Haus rein, ins Haus rein. Ja, ist schon mal in dir. Ja, schön, okay, Mati. Ja, Mati, ich bin da. Werfe Granate. Hab ich. Hab ich, Bro. Noch einer links. Ich muss Waffe nachladen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Denkt dran. Ihr müsst denken, die Zone macht richtig hard damage. Ihr braucht Spritze. Außen ist einer am Rand. An der Rand ist noch einer. Keine. Noch einer läuft zur Tankstelle hin. Zweiter noch zur Tankstelle hin. Zwei Leute Tanken drin. Ich hab keine... Zwei Leute Tanken drin. Zwei Leute Tanken drin. Müssen aufpassen. Ich hab keine Muni mehr. Die laufen hinten raus. Noch mal gute Hits gekriegt hinten. Hab ihn. Nein. Das ist glaube... Muni hab ich okay nicht mehr. Ich hab zehn Schuss noch. Muni kistet mir noch mal. Komm, wir sind noch einen Job gefloppt. Es ist noch... Wir gegen drei. Okay, drohe. Ich mach ein... Ich mach ein Vier-Zi drauf. Ich mach ein Vier-Zi drauf. Ich hab ein Vier-Zi drauf gemacht. Jetzt oder nee. Das ist uns... Ah, schwierig. Das ist ein Holtner versuchen, anzurutschen. Bei mir ist ein Gegner. Digga, ich brauch Hilfe, Mann. Zwei Gegner. Einer im Haus, einer im Haus, Dreck. Ja, Scheiß, Dreck, Digga. Da kommt der Push. Digga, das war vier gegen drei. Wir kacken so, Alter. Ja, du. Er kippt mir noch einen Vollstrege. Digga, sowas verlieren wir wie das Fakt ab. Vier gegen drei, Alter. Ja, aber ich glaub, der Tankstellen-Push hätte ja nicht sein sollen, Digga. Der war grad ein Mist am Ende. Trotzdem, ganz viel, richtig gute Runde. Bock gemacht. Darauf kommt er an. Natürlich ärgerlich, dass wir jetzt den Winnie-Guld haben. Aber trotzdem an sich noch mal ist eine richtig gute Runde, Leute. Ah, f*** das ab. Ärgerlich, oder? Und keine Null-Kill-Runde von mir. A Rock-In-Siegel-Liar ist nicht schön. Naja. Naja, ist halt so. Ist wie, ist, Freunde. Mann, 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 du. Schade, schade, schade. Jetzt, weil die Zone so klein war, ist die PKM-Scheiß, Alter. Die Anweser, den Movement und Nachlagen. Da hätte ich grad lieber eine M13 oder einen NZ gehabt, Alter. Oder von mir auch eine STG. GG, Dude. GG. GG. GG, mo' man, mo' fucker. 1.000 Damage, 15 Kilms. Ich spiel' auf jeden Fall eine Runde, STG und MP5, Leute, ich bock drauf. Wir steigern uns immer wieder, was haben wir da, schickes. Okay, ich hab' nichts gesagt, grad von wegen schickes. Nee, danke, ciao. Weißt du, was wir jetzt noch zocken, mal aus Spaß zocken können? Wir werden alle denken, jetzt ist der behinderte Spieler der Titan Stress. Wir zocken als Sniper Support die UGM, Leute. Glaubt mir, die ist nicht schlecht. Hi. Oi. Hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier ist gerade noch ein gegner gewesen da kann man hinfliegen mit der drohne anmachen oder das kopfgeldfeuer holen wenn ich meine drohne ist deine waffen wieder hier wird man kurz warten was jetzt für aufträge kommen weil ich auch da wirklich sexy haben wir einen weiteren auftrag machen oder wird mit dieser reihe wenn wir auf sieg spielen glaube ich besser ein kills wird sowieso nicht in der runde ich hatte hier drohne leute ist ab praktiker ist nicht groß aber ich weiß ich da würde ich da will ich das ding zu und die weitkarte ist das die drohne von denen da will ich schon die weiter krallen wusste hin wie weit das glaube ich unten drinnen und ich glaube ich hier runter die kiste aufmachen das ist ein scheiß ich wieder hoch gezogen oder wird irgendwo gegner drin ich habe was aber wirklich durch irgendwo muss ja gut sein wir könnten da in seinem flieger hinlaufen oder wir lassen wir erst mal warten wir wollen wir sind hier unten in der mine eigentlich wenn man hier als schön alle vier und zwei machen den gang zwei machen den gang eigentlich gut drinnen weil wir sind mit dich drinnen wir sind im untergrund ich würde hier bleibe ich ja ich will wüsste mal die komma nach woher geht der verbessert die wälder oder bei uns ja du bist alleine ja die hab ich gerade gelangt wir haben gerade angeredet der ist für euch jetzt glammt an ihnen eins schon warum geht es hier nicht nein bei uns nimm jemand diese gasmaske das ist der macht das denn jetzt bei euch oder was der ist rausgegangen houdini oder was die pusten minarbeiter aber noch mal um gegen sachen er muss zerstört werden er muss zerstört werden eine lande leute feinde landen das heißt auch über das team dann kommen die so uns oder was leute kommt doch mal 6 2 da alle drei stehen auf der anderen seite leute das scheiße war da lebt mich doch am arsch oder was guter spieler das ist ein guter spieler schön gemacht richtig richtig starker bin ich gehört wo sie kann man nicht gesehen gar nichts der schwitzer der richtig guter malon gehabt da richtig abpackt wieder aber weiß nicht müssen wir nicht zu dritt an einem schnellsausgang rum ist egal ich mein es ja nur zwei da zwei da sicher sicher leute die regner über uns in den ballon lieber mit du musst den monik erst damit ja aber du musst reden junge rede rede ja ich nicht was soll ich reden über euch auch noch einfach nur ja da haben ja dann nimmst du die giste mit da kam kein ja keine ahnung ich dachte du bist da das ist einer hoch grad für euch oder nicht bei mir nicht guck mal kurz ins stream rein du hast da kam nicht einer vor den hoch nicht fertig alter nein es gab nicht einer hoch oder ist das das ding was aufgebaut worden ist sah das so komisch aus ja das sah so bestimmt so komisch aus da bin ich erschrocken gerade leute mary brucey broody jetzt kommt mach die ameise stefan mach uns die ameise das ist doch keine ameise ich mach die ameise brucey brucey jetzt sind hier noch 44 leute wir sind schon heading mapy hier wir sind rechts runter die zweite vielleicht noch zu looten bei euch unten da hier Richtung die ecke hier wo ich vielleicht auch nicht mal glück hab aber ihr könnt noch helfen wie ihr wollt hört auf meinen bauch wenn ihr denkt das ist nichts dann versucht zu gammeln dann kommt vielleicht das war der ballon ach so ok wusste ich nicht sah crazy aus die sind gegner vor euch in den häuser beim reinkaufsfallen hinter euch auch hinter euch auch gegner matthias oben bei dir ist oben bei dir bro so schön geengt ist kein weib gewesen der war irgendwo hier oder nicht aber mehrere dicker hinter euch bei euch überall okay die kiste unter dir die mittendrin oder unten links und links da ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ja jetzt schon mal vier sechs zusammen leute ich glaube in den holzern waren welche vorne lauft zickzack am besten immer genau lad deinen peter steffi ich noch mal ein bisschen was da ist ja ein dritter liegt aufweisen hat denn ein peter stefan wer fand denn das liegt wer fand denn das liegt wer war dein geld bitte ja das war ich gut ja reicht sogar nach der stylie kann ich in den bunker wieder reinfliegen schafft man das noch? wir warten das war doch hier oder nicht oder danke ich versuche da wieder rein zu fliegen weil ich gestorben bin die waffen müssen da drinnen liegen ja ich kann mit aber hier sind auch waffen ja jetzt bin ich unten ich wüsste nicht sorry guys rein zurück nach hier ist so ungelehr guckse ich auch noch da bro da wann ist er von hinten auf hier unten geil jetzt einfach die waffen die ich habe da ist doch verwendeter clusterschlag ist unterwegs ich glaube nicht so fett oder was wird es genau außerhalb hier die schießen von da die müssen aber kommen jetzt leute ja ja ich hab die hier schon hinter die ganze hinten gestoppt hier hinten ne ja die movement ja ich greife ziel an das ist einer meiner missionsparameter hinten wir kommen zu euch kommen die hier hier gute hits hat der da oben gute hits gute hits da oben der dude ich wusste die muni gestern haben der dreht ja so n dünn schiss ja ich hab ja keine muni vier die sind alle auf mich jetzt gerade also irgendwie ja hier oben bei mir kommt ich glaube ich nicht mehr weg weil die kommen glaube ich ja da sind drei leute oben also ja die gucken alle die haben den besten hält mich des todes junge ich hänge fest diga mann boah skr macht mich grad k.o das ist immer gefickt die sind von von zwei zeiten ja alles gut korrekt 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 das ist nicht normal das ist nicht normal wo ist das ja roboter macht überhaupt kein damage oder was da los er snipet immer noch auf mich der andere dude hat mich getroffen kontakt 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 kleinkaliber hier hier wir sind schon bei euch da gute hits gekriegt ein paar noch eine zweiter kommt nach erst k.o da liegt hier k.o orange hinten bei einem haus noch einer bei euch ja bestätigt komme ja von links schießen sie mir dann in die fresse ja dicker es ist nicht normal dicker es ist nicht normal man leckt mich doch im arsch der scheiß schwimmen auf dem dach da berg gibt kannst du nix machen dicker sind hier die hüse weiß alter das war's das war's man ok ganz gut dann hier wie gestirrt dicki so was die schlucken das ist halt normal ich glaube ich spiel nicht so wie der sniper auch alter ist da drinne ja bei dir kommt einer matti push dich da schwitzt das schweine sind das alter weiter platt zwei untereinander das tut weh alter das tut richtig weh alter 2.400 schaden und 1 1 kill hatte ich erst damit 5 noch was 1 kill gehabt richtig abfuck ich will es das fühlt sich richtig scheiße an machen wir die kippen einfach nicht um die wichser die wollen nicht um die kippen ärgerlich leute das ist echt so gut starke runden so jetzt können wir wechseln wieder hier wenn wir neues rein zocken jetzt noch mal runde sniper mit dem mit der umg als selber sofort mal gucken wie die ist wir fährt von euch gerade rückwärts hier wir packen da gerade ein wir sind da los oh da schnucki danke deine stande daniel die gehe ich hin vielen vielen dank für den support pro so was fang ich auf 200 andere zweiter platz das ärgert leute das ärgert dies ärgert richtig stove tut nan sherna nö 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 drei geist jo dann geht ja auch wo die das stimmt kritisch positiv sing positive dude greasier ja da 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 na sicher ich weiß nicht mehr was man machen soll Waaah, Nadeau. die der fahrer aus grüß dich besser werden im spiel sound für die musik vorrunde dann mache ich für euch ein mache ich einen für euch mal aus christian grüße aus der fahrer es geht so zweimal zweiter platz ein bisschen aber sonst wird ja nicht gut läuft eigentlich gut ich bin dabei du bist auch supporter dann ja natürlich schnucki sag mal her, die soul markiert ruhig, ich bin dabei, ich bin dabei, wir müssen auch mal ein sieg oder zweimal zweiter oder das fackt ab mann das fack richtig ab, dude ich bin gleich gerückt du vergräßt schwitzig was kommt es denn da drauf? 70 mann noch drin, ne? naja hallo ja, da könnten ein paar mitkommen da könnten ein paar mitkommen sieht nicht so aus, drehen alle irgendwie ab dort kommt was mit? ja keiner nur so merkwürdig hier aus dem haus raus, das ist wahnsinns oder was? die tut das ihr land gewinnt ja wohl ne frechheit hier, oder? ja jetzt sind die jungen für euch hier der laden, habt ihr verständen, Freunde? absolut hier, oder? absolute frechheit gerade, da muss man echt ruhig bleiben im Moment da bitte abschneide ich, ja digga, ich bin keine Waffe, ey die lagen aufmachen, nicht überall, weil es reicht jetzt hier lange mit euch, ja spaß, diggi hier mal hier liegt ne krieg ich noch bei mir, liegt noch mal gehärtet bei mir auf Ausrichtung gekennzeichnet wir dürfen da nicht rein jetzt dürft ihr rein, ich bin draußen, digga jetzt zu ficken, dürft ihr jetzt rein, weil jetzt zu ficken ist eine da für euch, meine noch mal gehärtet Ausrichtung gekennzeichnet noch mal gehärtet, aber sind die alle voll mit gehärtet ich glaub gehärtet ist das einzige, was du überall findest ja, das fährt halt ist nicht selten bei einem von euch für euch entzulaten, wenn die laden extrem, alter oder irgendwas anderes komisch ist besucht besucht und gefunden wir haben genug Geld zusammen einkaufen, alle mal zum shop zurück wieder Luft für euch herrte Strecke die können so etwas nachhören sein, denn da kriegt es keine Kiste, wenn sie einfach nix es gibt es ja wohl nicht so, ich komme autistisch, ruhig ja, bin da doch morgen krieg ich jetzt doch nicht für dich ja, dann weiß ich hallo doch ich ja hallo nur auf laut gestillt ja guck mal kennst du das nicht von früher so naja aber hallo halt trotzdem ein bisschen laggy glaube ich leicht nicht viel aber leicht leicht machen jetzt muss das war nicht der ventilator ich habe die ganzen fenster doch gern so ein durchzug ich kann mir wo die ich komme ist aber übel wir haben noch einen ballon oder hat die ist ja nicht da der kommt geflogen ist immer da oben am berg läuft da oben lang und ich mag aber der markiert bewegung zurücklaufen macht keinen sinn zu stehen und da versuchen irgendwas zu reisen oder über eine richtung links richtung seien gehen wird ja nicht mehr da oben schwierig ist es in richtung seilings muss jetzt uns machen schlug hier wurde sie dank der nun anstand an die kann ich in vielen kleinen support auf hatte gar kein geld für eine drohne nichts schnattern jante ich bin doch sogar mit einem mg schnuck warum bist du so flink alter mit einem jener an die jungen mitten lmg schnucke verstehst du das ist einfach wo die kamera waren die träumten wir sind der bewegt sich immer so ein bisschen wo bist du eigentlich weil ich zum kopf gehe bis aber weg ist ich habe hier unten eine kiste oder irgendwas geholt oder die falten da auf mich ja das ist hinter mir weiter weg ja wenn wir irgendwo eine kiste geschmissen oder was sie macht wo falten die denn da unten sind ja auch hier unten verweckung machen wollte oder an sich rum spielen was weiß ich das k.o. rausgenommen ja ist wichtig hier im haus muss auch was sein unter mir ist einer genau close der leute im haus hinten drin ist gelben haus war auch noch eine aufpassen wir nicht über den gebiet ab ich habe ein klasse drauf gemacht hier bei uns unten bei uns unten Ich hab wieder beliebt hier bei mir Oh alter lol wenn ich eine drohne ich spiele die der liniengewerch für die bro zum shop von wir hatten meine waffe irgendjemand hat meine waffe ja keiner von uns ich bin mir zu der waffe neben schlucki weißt du einen hast denn gehabt arco 5 letzter uhr jetzt kommt er auch wohin das können wir machen hier in dem haus Ich hab auf mich geschossen grad von oben. Kann sein, dass die kommen, Leute. Ja, das ist das meine. Ich sag noch, wer nimmt die mit und nicht rum, Alter. Der hat das Ding in der Hand, Junge. Ich werd bekloppt, Junge. Ich werd bekloppt, Junge. Nein! Halt du Götze! Ist doch okay. Das mal mit nem Seil weg, oder? Da wird der irgendwo anders hin. Haben wir da irgendein Kopfgeld da, was gut ist? Nö. Hier. Können wir hinfliegen, dann haben wir direkt einen Shop dann, Junge. Kann sein, dass die jetzt hier abgeschossen werden. Letzte Zone noch abrotten. Eine Minute. Vermutlich bist du jetzt hier warten. Du bist so lange, die hier eigentlich nicht. Ich brauch jetzt mit dem Haus zu sitzen. Dürfen. Sorry, Dude. Ah, ich schieße da unten von vorne. Unter uns. Unter uns. Genau. Hier. Wir sind hier oben. Das hier. Geh rein. Danke für die Sterne, Huse. Danke für deinen Support, Bro. Wo sind die da? Ich seh den nicht. Da oben. Kommen wir. Grenade ist raus. Nehmen uns, nehmen uns, nehmen uns, nehmen uns. Neben euch, nehmen euch, Leute. Feindliche Drohne ist aktiv. Kommen wir auch nochmal. Kommen wir auch nochmal irgendwo. Bei mir, hier oben links irgendwo. Hier. Wegpunkt markiert, Bewegung. Ich gebe da unten zum Einkaufsfragen. Kommen. Warten sich auf! Wenn wir unten sind einer, Leute. Oh Mann. Reins ausgetankt. Oben ist K.O. hinter mir vor mir überall ich kann nix machen ich zieh weg ich zieh weg ich zieh weg ich zieh ihn nicht mehr ich sehe ihn nicht mehr den ballon muss ich nehmen die sind neben uns neben uns wollen die ballon überhaupt da ist ein gegner dran er zieht sich gerade hoch noch einer neben mir er zieht sich nicht hoch nicht mehr die schießen auf uns wieder die die sind nicht ich muss runter ich muss runter das ist ein bisschen ein bisschen tiefer das geht schon nicht so tief hier leute natürlich also ich bin dabei geht zum glück schneller als bei der pkm aber auch nicht viel schneller scharfschützen gewähr markiert ja das kannst du ruhig lassen so abgehangen du Zuchttanks auto 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 yo 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 man 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 du leise gb hier auf dem dach oben schmackern hat gute hits er sich wo ist der runter gesprungen welcher richtung visk overlap nicht hoch jetzt hier wegkommt nicht wohl heute der ballon weg woanders hin weiter fliegen oder die kommen die kommen die die mich ja ich glaube auch davon oder das sind doch die drohnen haben die hier hinten hat ein guter hit gekriegt im haus von einer drinnen und droht von rechts und rechts bei mir von hinter mir ich könnte zu kotzen gerade weniger ist der macht mich so gut spiel so kein sturm erkenntnis bei mir in der runde das chaos beginnen aufgepasst soldat du bist dran jetzt kommen doch wenn du verlierst kampf für dich hier raus oder nimm das ziel ein Bist du gekauft? Hier komm her, ich hab genug. Wo sind denn die Ludes? Rechts unten, markiert. Ich hab acht Stücke, hab ich sie markiert, ja. Ich könnte noch mal ne Kiste kaufen in der Wald, Leute, wenn die Zone da ist. Was ist denn, muss noch 10.000, glaub ich, denn da kurz hinrennen, muss man jetzt rauslegen. Irgendwann geht irgendwas, weil ein Zoom-Forderkund danach kommt, oh. Ach man. Schade. Nein, nein, nimm sie, egal, ist easy. Nein. Geh mal Geld raus, Christian. Lauf da jetzt nicht hin. Gut. Ohne kommt doch schon. Ich schmeiße die, ich schmeiße die, ich schmeiße die hier hinter, Digga. Die hier hinter ich schmeißen. Die Feinden, die auf mich schießen die. Brauchst du ne Waffe, einer von euch? Ich komm auf jeden Fall gehärtet raus. Was? Ghost. Über mir. Ach. Drecksschwein, Alter. Ich muss hinten rum. Ich geh hinten rum weg. Die feiern aus allen Rohren auf mich. Das Gas mehr. Ja, genau. Jo, ist doch gut, Digga. Ich fühle mich wie ein Nuttensohn in der Runde gerade, Leute. Da, 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 da. Ich muss sagen, das LMG als Sniper Support ist richtig gut, Alter. Oh, der? Ja. Jetzt da haben wir gehen. Was? Natürlich nicht, Alter. Ich bin doch heute zum Dreckiger Wender, Alter. Auf dem Weg. Jetzt haben die einen Kits. Sechs Kits. Zwei Kits. Zwei Kits. Grüß dich, Sascha, Sabrina. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Dennis. Hallo, hallo, Brody. Hallo, hallo. So, ich bin gleich wieder da, ihr süßen Matze und den Chat hier. Die kommen ja, 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 ja. Haus auf dem Weg. Nieht. Ja, ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Das ist ein Jahr, ja, ja. Vielen Dank. 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 Wir sind weg. Ja. 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 Man hört die Steps erst, wenn man fast tot ist, Bro, das ist echt extrem leid. Klammer geworden. Ja. Geld? Geld? Klammer. Das geht vorher aufsteigen, Leute. Ab drinnen, ab drinnen, ab drinnen. Wo sind sie? Ja, wohin sind flogen? Nein. Der snipe, Matthias, aufpassen an die. Springen doch, du scheiß. Boah, hast du eine Richtung für mich unterhocken was? Rechts, rechts. Tonrand. Ein Jeep nehmen und abhauen oder was? Wieso nicht? Seid ihr noch halb gut drinnen eigentlich? Oh, du bist Top Gear, deswegen sind die da. Krieg's genau zu denen hin, Bro. Schwierig. Die sind alle unten, Matthias. Das sind 3, 4 Leute. Brauchst ja nicht hinfliegen. Selbstmord. Blöde wixen. Oh, jetzt seid ihr. Sehr geil. Die kommen jetzt. Ich fahr, los geht's. Die sind auch so, die Zielposition vorrücken. Oben sind... Ich bin die doch nicht, oder? Um den Horn stellen. Da oben ein Piek sind gerade wieder draufgeflogen. Würdest du anderes machen, Alter. Die Runde ist so wie auf den Arsch. Eins gegen vier und dann hat das so eine Schwitzer scheiße. Das war's. Alle neben dem Haus drin oder so. Und Schilder hab ich das auch nicht. Die Piek war jetzt das Viereteam. Die anderen werden jetzt auch zu dir stoßen. die sind da gewesen links 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 genau das ist die rechtste stück rechts hier sind genau hier mit orange unten und oben auch ganz das ist halt diese scheiß absoluten 1 4er 5er wix kd glaube ich mal noch eine ruhe mit ich auch weg leute glaube ich schon schön abend ja auch schnucki schlaf gut tschau 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 wenn ich noch mal wieder von der channel Vielen Dank. Kommt noch jemand rein? Schatzmann schreibt. Morgen Abend. Morgen ist die Sleid. Morgen ist die Sleid. Das sind die Sleid. Das sind die Sleid. Das sind die Sleid. Das sind die Sleid. Servus. Hallo. Moin. Moin. Wenn keiner weiter will, dann würde ich noch mal mitmachen. Das sind die Sleid. Jetzt habe ich ein Beispiel, wie sich dein Ventilator anhört. Wie eine kaputte Waschmaschine. Oder jemand hat einen Stein reingelegt in die Waschmaschine. So hört sich das an bei uns. Ja, ist richtig. Wer weiß es nicht da gerade machen, Leute? Ich bin auf einer Waschmaschine. Und da rollt was komisches drin. Man weiß es nicht. Ach, vielleicht ist das Geldwäsche. Geldwäsche, warum bin ich so doller, Leute? Ich habe Körperteile. Warte. Ich meine, jeden das eine, ja. Wissen wir nicht, warum Matthias gar nichts hat? Ihr hört was, weil ich habe überall keinen Filter drin. Das hört mich extrem eigentlich, aber das ist halt so. Das war mein Wetter so weit vorbei, Leute. Dann gibt es keine Waschmaschine mit Stein drin. Ich höre es zwar, mich nicht der jetzt aber nicht. Ist das so doll laut oder was, wie ihr sagt? Das geht also. Ich könnte es sich halt an wie eine Waschmaschine, als wären Steine drin. Ja, das geht doch um die Lautstärke. Da haben wir jetzt hier. Ja, manchmal nervt es, aber es ist. Aber außen machen kann ich das Ding nicht, Digga, dann gehe ich ja irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ich kotze schon ab, wenn ich dir das Fenster zumachen muss, gleich wieder. Habe ich ja nicht mal offen, Digga. Und jetzt sind ja jetzt Fliegeviecher rein, das ist das Problem. Wohne im Dachgeschoss, da kommen keine Fliegen mehr. Ja, die sterben da, bevor sie nach oben wollen, Jungen. Ach, die wollen die jetzt haben. Die brauchen die, Bro, die brauchen die. Das raus ist aber auch bei dir wieder extremen Bulli, oder? Ach, nicht da wieder, Digga, nicht da für. Die anderen gerne, ich freue mich da drauf. Der Fallen spängt über dem Gebiet ab. Ich probiere mal die Dämmelhäuser. So. Okay, let's do it. Der Fall sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Ich bin echt grad gerade, dass ich zocke, aber keine Ahnung mach. Gotti ist, glaube ich, rausgeflogen. Ehrlich? Da ist ein anderer drinne. Ich habe einen Chat reingeschrieben. Keine Ahnung, Gotti, aber einfach nicht böse. Das ist das Game jetzt so, wie es ist. Ich mach dann an der Feierabend heute. Ich hab Bock, nochmal rauszugehen. Das ist schon das dritte Mal so, Gotti. Ich weiß nicht, was das für dir ist. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt zocke. Keine Ahnung. Ob Sniper bei dem Mode macht nicht unbedingt richtig Sinn. Obwohl, wenn ich jetzt was zu sehen kuhle. Ich würde ja nicht spannen. Ab in die Ecke und schäm dich. Ab in den P-O-Low. Ab in den P-O-Low. Ich muss ja die Haube rausfliegen. Ich will Bock, doch. Was denn? Das Dock sitzt da raus. Okay, let's go. Nicht einatmen. Stoße zur Sicherheit. Mit einander. Sonne markiert. Sprungbereit machen. Mit zwei Sekunden. Einmal rein. Schocken. Schocken. Echt. Schocken. Schocken. Es gab noch nie irgendeinen Mitzieher, sondern generell irgendein Update, wo irgendwas nicht hingehauen hat. Deswegen wundert es mich auch nicht mehr. Kannst du noch mal dein Register reparieren über dem PC, Dokumente noch mal löschen und noch mal reinkopieren, aber wenn es eh abends nix zu tun hat, lass einfach das Game noch mal runter, das ist egal, über Nacht kostet auch nix. Einfach noch mal runterladen über Nacht und dann ist gut. Am meisten hilft es wirklich bei den Dokumenten, bei dem Players Ordner, wie der heißt, ich nicht mehr genau da. Gibt es drei, vier so eine Dinger, da müsst ihr das eingeben, wieder über 1000, noch was, Kilobyte, die ganzen Dokumente, die drunter liegen, alle löschen und dann werden die nochmal an eine neue reinkopiert. Das hilft eigentlich so gut wie immer. Digga, rot. Was ist da los, man? Da unter uns sind die. Hier auf den Kran. Hier. Kommt der da mit oder was? Hallo? 16 Kran. Achso, okay. Er geht ja weg von meinem Kran. Kran. Betraut sich was der Dut. So, ich nicht. So, nicht meine Freunde. So, nicht mit mir. So, nicht mit mir. Weißt du, dann nehmen wir den schon hier mit in die Runde und dann... Komm schon mal mit auf den Kran drauf und mal Fotos machen für Pappi, dann klaut er noch alles oder was? Das ist ne Frechheit, Junge. Na? Na? Da willst du schon mitmachen, ja. Ich glaube auch. Immer wie die Polen. Hallo. Ruhe mit. Könnte bei mir zu Last gelegt werden. Wisst ihr, wie es ist? Über mir sind noch Waffen. Kisten über mir. Wir haben schon gut Geld zusammen. Wir brauchen jetzt noch 400 Taken, Leute. Komm. Das kriegen wir locker easy hin. Bestätige Geldlieferung. Hier oben haben wir eine Kiste über mir. Wie fährst du jetzt ab? Wir brauchen noch einen kleinen Batzen Cash, Leute. Dann können wir zum Einkaufswagen gehen. Haben wir gefunden, okay? Oder was? Ich hab einfach Geld gefunden, Leute. Wir müssen mal ein bisschen reden, Leute. Viel zu ruhig hier gerade. Nee, nee, nee. Ich hab noch Geld am... Wir werden aber grad weniger darstellen als Neu. Wir werden noch grad weniger gehabt vorher. Oder nicht? Ja, er hat sein Geld ja schon hingelegt. Das weiß ich ja. Trotzdem, das reicht doch. Also, das hat doch einfach Geld gefunden. Einfach mal reden. Ich war die ganze Zeit. Und keiner Batzen. Einer damit Geld einer sagt, was Leute. Ach so, unser Kamerad. Der kann ja nicht sagen, Alter. Uh, bin ich ja mal. Come on. Wir kennen beide Box. Nice. Come on. Come on, come on, bro. Ich sage noch, ich wundere mich. Da bist du zwei, Digga. Sehr kein Wunder, Alter. Kamele. Jawoll. Yes, come on, hier. Auf für dich, Kamele. Wie lustig, wo ist das? Ich hab mir gedacht, voll, Digga. Ich hab mir gedacht, was denn da los, Junge. Lackt wieder ein bisschen bei mir. Wäre überhaupt gar kein Aufreger. Was ist denn das hier eigentlich? Ich weiß nicht, was ich spiele seit momentan. Ein Seil irgendwo hinfliegen. Kopfgeld. Komm mal zu Kopfgeld hochlaufen. Wir fliegen mit Seil hin, wie ihr wollt. Kopfgeld. Ich glaube, das Seil. Seil muss man hier hin. Seil nehmen, oder was? Das hab ich gar nicht gesehen, dass du rum. Da kannst du hinlaufen hier. Noch Kisten. So, ne? Ich hab mal fett Kohle gefunden. Mal eine Drohne kaufen gleich. Mal kurz das Kopfgeld hier oben. Da liegt doch Winden bei mir als Perk. Hier ist gehärtet, Rieser. Ausrüstung gekennzeichnet. Ausrüstung gekennzeichnet. So, noch mal eine Drohne hinten, wo wir mehr gekommen sind. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Klug entwischt. Bei Mbitz runter? Du hast so eine 20.000er Leitung, oder was, Cardi? Ey, sind schon bei euch, ne? Da hinten ist ein König. Da hinten, ja, ja, ja. Ich hab eine Drohne rausgekommen, Leute. Hauptgekehr ist bei uns hinten, ja. Feindliche Drohne ist da. Feindliche Drohne haben die jetzt auch rausgekommen. Feindliche Drohne? Ja, das war der. Die sind zu dritt da. Das ist eine Fendt, der Aufpasse. Klasse draufgemacht, dass die jetzt hier weiter vorpushen. Schwierig, Leute. Ich bin nicht mehr was angehen wollen. Ich glaube erstmal aufs Dach drauf, das Vorder. Dass wir ohne das eine rausnehmen können, den pushen. Ich glaube, die sind aber gut. Wo sind denn die, Bro? Um auf dem Kran. Ignoriert das. Sind gerade jemand am Hause von mir, okay? Ja, da bin ich jetzt. Ich bin nach hinten gemufft, eine Scheißrichtung eigentlich für die Rezikofen und Druckführer. Ich glaube, ich geh zum Shop, wenn wir den Wert aufheben können. Können wir gerne am Shop rauslegen, oder vor dem Shop, oder unter mir. Am besten kann ich den Prizi einkaufen. Dann müssen die runterjumpen. Ja, ich komm. Ist das nur eine, oder? Ich sehe da nur eine. Ne, es sind zwei, glaube ich. Ne, es sind zwei. Ah. Wir haben ein gutes Aben, Bro. Ja, aufpassen, Christian. Kannst du mich abwenden? Die sind da oben. Der Sammelpunkt. In uns kommen wahrscheinlich auch noch welche. Vielleicht noch nicht für einen Prizi kostet 4,5. Ja, ich hab von 900 rausgelegt. Ich geh zu den Kollegen, Digga. Komm her, komm her, komm her, komm her. Diese, die Säge. Die Säge! Die Säge! Die Säge! Du sollst Dinks kaufen dir. Ich hab gleich wieder gegen die Kollegen, wenn ich so gefütze. Ich hab extra Geld rausgelegt. Ich komm, komm, komm. Schau mich, bitte. Komm, komm, Rau. Danke. Keine Probleme. Let's go control to the Feindliche Soldaten da näher Das ist scheiße Bro Feindlich dringend über den Gebiet ab Hinter uns Behind mich behind mich behind mich Brauch gar nicht zum Shop gehen, weil die aimen uns sofort rauf Ihr kommt zu mir Ihr kommt zu mir Ich geh da jetzt nicht runter bei den Leuten, also ich versuch's Komma Ja Zwei, ach man, drei Jagd sie hoch Dein Team hat den Boden geflächten Ein, übergeben ein, auf keinen erneuten Einsatz Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag Digga, was soll ich machen, Leute? Und dann sind die von uns im Team, ich hab nichts mehr zu trinken hier, ich bin fertig, Alter Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag Wer dort überlebt, wird... Die Spieße über das Mobilfunknetz Vielleicht liegt's auch darin, dass du dauernd rausfliegst So, holy shit Gulag? Jawohl Und dann sind die alle Unter mir sind die alle Dein Teammitglied hat versagt und wurde zur Basis zurückgeschenkt Was soll ich machen? Oh, Mann Oh, Mann Digga, ich hab keine Ahnung, wo sie waren, Leute Unter mir, vier Leute Ich denke, er bewegt Hier für dich Ja, hier, eine 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 ist K.O. Eine K.O. Eine K.O. Eine K.O. Eine Sniper von der anderen Seite Ja, 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 digga Ah, Alter, nee, das reicht, das reicht Ja, du musst aber hier Dings annehmen Ich Ich Er tagte Hamster Ja, genau Ein bisschen genauso wie ich Dings Ich 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 Mal komme, ob der Bock hat Hätten, bock Bullach, Bullach Du hast dir deine Hälfte von sich gemacht, gut, jetzt zurück in den Ansatz. Ja, wo seid ihr jetzt? Ich bringe ein Gebiet bei mir ab. Ja, ich hab nen Hammer und ne Pistole. Ich muss in die Zone reinfliegen. Ja, hab ich gesehen. Auftrag abgeschlossen. Der Zahlung, wo der Auto ist. Keine Ahnung, irgendwas kostenloses, wo ich ne Drohne oder sowas. Das Gas breitet sich aus. Hier ist Clear bei Ublue. Ich versteh nix, hab ich hier runter. Nein! Ach, leckt mich doch, ihr Bass. Ihr Hübschen. Kannst du mich holen? Ach so. Jetzt hab ich grad Platten gekauft dafür, Leute. Söne Scheiß, Bro. Ja, das ist schön. Hast du toll. Ich hab mal 500 Cash. Ja. Oder du. Wir müssen hier aber weg, Digga. Wir sind so ne Scheiß, Pistole. Jetzt kommen sie alle auszusehen. Danke. So, was machen wir jetzt? Mal hier hingehen, wenn wir schauen, wenn der keiner ist. Die Fight aber auch schon da vorne und rechts. Über uns in Hallo. Keine gute Waffe, kein nix, Digga. Wir haben eine Kiste gekauft, haben die Orange. Auf uns beide Box, Bro. Lodi. Nur Schmutzwaffen, Digga. Wenn die Drohne kommt, was da sowieso. Wie wird's kommen? Oh, der hat ja mal Lodi gezogen, ja. Bleib mal noch ein bisschen oben. Guck mal, ob ich hier was find. Warte, hier. Arf. Auch von irgendwo geschossen. Jo, vor mir. Weg vor mir rum, der moved vor mir. Jo, Bro. Feind, ich bringe über den Gebiet ab. Andere Feinde, die geschossen haben. Ja, danke, ich hab ne Pistole. Leute. Schießen solche Wannen durch, Alter. Leck mich doch am Arsch. So, flink jetzt noch ein anderes Team dahin. Keine Waffen, kein nichts. Das ist K.O., dann ist noch ein zweites Team da. Nimm jemand dieses LMG. Feine Landen, meinen das Gebiet. Eine Plattenkiste. Brauchen wir aber nicht. Sind mehrere Leute hier. Okay. Was ist denn so anders? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ach, das ist doch gleich. Wir sind komplett woanders grad. Zwei gegen zwei. Na, lass uns doch mal zu den anderen rufen, oder? Kannste versuchen. Wir werden gleich totseiten wieder rauslaufen. Jetzt probieren. Besser wie sitzen zu bleiben und zu stehen. Da liegen noch irgendeine Waffen oder irgendwas. Ne, ist der andere doch nicht sicher anscheinend. Super. Ja, super. Gas kommt. Ich hab eigene Waffen gefunden gehabt. Links neben uns, glaub ich. Keine Gasmaske. Einmal husten, dann war's. Das dürfen wir nicht. Feindlicher Soldat in der Nähe. Feindlicher Soldat, ja. Links neben uns, glaub ich. Ne, doch nicht. Wir sind wahrscheinlich schon vor uns. Aber Sniperwund, ich bin fast nicht immer von Boden. Drei Schuss Carp, das haben wir's was. Schwierig. Open Feet des Todes, Leute. Wir können da hin, so richtig. Der Shop da unten, wenn's welche sein. Rechts schießen sie auch. Die dann zum Shop runter. schild jetzt gekriegt mehrere hat es bekommen da drinnen gerade alle Tür zugemacht Türbreak einen noch sauber einen rausgenommen wo ist der andere das ist ja innen drin gewesen der ist rausgerannt keine Ahnung wie eine Kohle kann nichts vor mir unten das Gras kommt ja schon die Feinden und Zweck der sind genau da drinnen der läuft da unten lang das ist die Platte nicht rein aktivität wiederbelebt ist wiederbelebt am Job und den Ballon sorry mal wird wir auf eine Plattenkiste nicht gut einer neben uns abgesprungen wir halten auch richtig fett neben uns Bro das ist ja schon was los bei uns Digga vor uns war dann du auch in den LKWs glaube ich wo sind die auch Digga hier wegpunkt markiert Verwägung überall bei uns überall Bro das Gas weistet sich aus Sicherheitszone verlegt vor mir im Zelt wo denn da genau da drin hat schon um die Ecke geschaut willkommen Digga das Gas kommt Auf jeden Fall mindestens zwei. So, let's go. ega leckt mich doch ihr schützenden pet schweine alter die gründen so schwer ich bin raus ich wünsche noch einen schönen abend eine gute nacht später und sehen wir uns wieder so freunde dann in dem dank fürs zuschauen und supporten haben dies morgen 10 uhr geht es weiter morgen 18 uhr ladies night ich habe bock drauf ich freue mich auf euch ja die freunderschöne schlaf gut vielen dank für ihren support bis morgen bye bye bye